Die alte Schule wird präsentiert von Motul Deutschland, dem Spezialisten für Schmierstoffe, Additive und Autopflege seit 1853. Mehr Infos unter www.motul.de Ich war so mit ungefähr 50, 60 oder 70 Folgen auf dem Sender, ein Jahr oder anderthalb lief das, und hatte tatsächlich mehrfach zum Überschlagen, und damit das dramatisch ist, hatte ich VWs genommen. Denn wenn er die dann zum Stoppen gebracht hat durch irgendwas, dann überschlugen sie sich tatsächlich wie ein Ei. So war das ja auch gedacht. Das konnte Herr Nordhoff natürlich nicht wissen. Dann sagte Herr Nordhoff, rief den Programmdirektor an. Ich musste wieder zum Programmdirektor. Kommt er schon da rein? Da lacht er mich schon an. Er sagte, also ich verbiete Ihnen hiermit ab sofort zu den Stuntgeschichten und so, dürfen Sie keinen VW mehr nehmen. Ich sag Ihnen bitte. Warum das denn nicht? Ja, sagt er, gucken Sie mal hier. Ich habe hier eine echte Beschwerde von Herrn Professor Nordhoff vorliegen, der gesagt hat, im siebten Sinn würden zu viele VWs verschrottet. Man sollte doch endlich mal andere Autos nehmen. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast war nicht nur ein erfolgreicher Autor und Journalist, berichtete alleine 17 Mal von der Rallye Monte Carlo, brachte die Paris-Lacar in die Wohnzimmer und leitete die Presseabteilung von Ford, sondern er hat auch eine ganz besondere Farbe in die automobile Unterhaltung gebracht. Und nicht nur das, er hat in einer noch recht unbedarften automobilen Ära dringend nötige Aufklärungsarbeit geleistet. Das Thema Sicherheit war natürlich schon bei den Autoherstellern angekommen. Vom Anschnallen 0,5 Promille oder der mühelosen Beherrschung leistungsstärkerer Fahrzeuge waren die Autofahrer aber noch ein ganzes Stück entfernt. Die Unfallzahlen und damit verbundene Unfalltote stiegen in schwindelerregende Höhen. 1970 gab es mit mehr als 21.000 Verkehrstoten in Deutschland einen traurigen Rekord. Und das war ja nur Westdeutschland. Zum Vergleich, im Jahre 2020 waren es etwas mehr als 2.700 Tote. Das ist natürlich immer noch viel zu viel, aber solange hinterm Steuer immer noch auf Handys oder Touch-Displays herumgetippt wird, ist die 0 wahrscheinlich eher eine Wunschvorstellung. Hier soll es aber nicht um Statistiken gehen. Trotzdem kommt dabei mein Gast und vor allem der siebte Sinn ins Spiel. Die Kultserie, die untrennbar mit Alfred Noel verbunden ist. Jede Woche hat die sonore Stimme von Egon Högen den Deutschen das Thema Verkehrssicherheit in wenigen Minuten ein Stückchen näher gebracht und ich weiß selbst noch, wie ich als kleiner Junge gebannt vor der Glotze saß und mich auf einen weiteren Crash mit pädagogischem Hintergrund gefreut habe. Wie die Idee zum siebten Sinn entstanden ist, wie die Serie das Sicherheitsempfinden stärken konnte und was bei den Dreharbeiten alles passiert ist, das erfahrt ihr unter anderem jetzt von meinem heutigen Gast Alfred Noel. Bei mir ging es los 1953, da kam ich zu einer kleinen Tageszeitung, die es heute schon gar nicht mehr gibt, wie alle aufgefressen sind und von der machte ich dann den Sprung zur Rheinischen Post und für die Rheinische Post durfte ich dann schon deutschlandweit unterwegs sein und bekam dann aber Aufträge von Industriefirmen. Da war ich dann schon als Fotograf für Mannesmann an 17 verschiedenen Stellen in Afrika, bis einschließlich den Pyramiden von Gizeh, wollte Mannesmann mit ihrer Zweigfirma Mannesmann-Regner beweisen, dass man mit Berechnungsanlage die Wüste grün machen kann. Und das ist ihnen auch gelungen. Waren Sie da auch schon für Autos unterwegs oder haben Sie auch schon... Über Autos habe ich da nur geschrieben, auf der Seite Technik und Verkehr bei der Rheinischen Post. Da waren die Autos nicht so wichtig, aber ich bin dann mit einem Auto von Ford, aber meinem eigenen, bin ich dann schon durch ganz Italien, nach Tunesien rüber, durch ganz Tunesien, Libyen, weil auf der Strecke in Las Kira in Libyen, da gab es eine Tankerlöschanlage. Und während heute die den Suezkanal schon fast verstopfen mit ihren großen Dingern, war das damals so, wenn sie die Tanker größer bauen wollten, dann mussten sie einen bestimmten Tiefgang haben. Aber das Meer ging ganz langsam, das war so ein Riesenbruch da rein. Also musste man eine Brücke bauen, drei Kilometer ins Wasser hinein, um da vorne dann die Tanker zu befüllen, denn wenn die runtergingen, setzten sie sich sonst auf den Sand fest. Okay, okay. In Las Kira, Tankerlöschanlage in Las Kira. Ja, und so ging das dann weiter. Dann baute Mannesmann Röhrenwerk, war was anders als Mannesmann Regner. Die bauten eine Wasserleitung aus dem wunderschönen Wadi Derna bis zu dem berühmten Städtchen Tobruk, wo er damals stark drum gekämpft worden ist. Und da sollte ich dann richtig so Fotos, mache ich die Fotostrecke von hinten. Und die waren schon fast fertig. Und ich denke, achso, muss dazu sagen, Tobruk hatte damals eine Meerwasserentsalzungsanlage. Die war aber völlig kaputt und im Krieg dann von den Deutschen sogar noch beschossen worden. Das Wasser war so salzig, das konnten sie als normale Europäer überhaupt nicht bauen. Und jetzt hieß es immer, dieses Wasser aus dem Wadi Derna, aus der Quelle, kommt in die Meerwasserentsalzungsanlage. Und ich sagte, ich war zweimal da, ein Jahr später waren die dann so weit. Ich denke, jetzt guckst du doch mal, wo die Dinge sind. Fahr lustig an der Pipeline da entlang, an der Wasser-Dinges entlang und komm dann auch zu der Salzwasser-Trennungsanlage. Da ist aber mein Rohr gar nicht mehr. Wo ist denn mein Rohr geblieben? Ich wieder zurück und geguckt. Da ging das plötzlich mal in die Erde. Wo kam dann aber wieder raus, ging und verschwand dann das Rohr in einer Mauer, die vier Meter oder fünf Meter hoch war. Ich natürlich sofort alle Öhrchen gespitzt. Wo geht denn die Mauer? Was ist das denn für eine Mauer? Was war das? Das war der Palast von Idris El-Senussi, dem damaligen Präsidenten von Libyen noch. Man muss sich das mal vorstellen. Unterstützt von den Engländern war der immer noch dran. Und was machten die mit dem wunderschönen Wasser? Da haben die die Parkanlagen mit bewässert. Aber die Meerwasserentsalzungsanlage, habe ich natürlich auch wieder einen Sternenbericht drüber gemacht. Aber vor richtiger Zeit, da hätten sie mich aber beinahe gekapert. Ja, wie denn auch sagen. Davon gehe ich aus. Was Sie rumgekommen sind, das waren ja alles noch beschwerliche Reisen. Ja, ich war schon 59 vor den Pyramiden von Gishe. Muss man sich mal vorstellen. Und bin dann das ganze Stück von Düsseldorf aus, also Hildenberg Düsseldorf, bin ich dann gefahren. Und dann hatte ich einen Freund, der sollte mitfahren. Und wie das dann so bei Freunden ist, drei Wochen vor der Geschichte, sagt er mir ab, sagt er, meine Eltern wollen nicht, dass ich da nach Afrika und und und. Wir waren ja alle noch verdammt jung. Und da bin ich zu meinem alten Herrn, zu meinem Vater gegangen. Da habe ich gesagt, du hast da nichts zu tun, du bist da ran. Hast du ja keine Lust, mit nach Afrika zu fahren? Ja, sagt er sofort. Dann bin ich mit meinem Vater gefahren. Und das war toll, weil ich bin dann einmal bei Nacht auf einen Stein gedonnert, hat mir die ganze Ölwanne aufgeschlagen und dann lief das alles daraus. Wie machen Sie in Afrika 100 Kilometer davor und zurück keine Werkzeuge? Kein Vater, gar kein Denk dran. Wie kriegen Sie das wieder hin, dass Sie weiterkommen? Und wenn ich da meinen Vater nicht gehabt hätte, der hatte die dollsten Tricks drauf. Der hat vom Hammer, den wir mithatten, Gott sei Dank, hat er so ein Stück abgesägt. Davon hat er in Keil geschnitzt mit einem tollen Brotmesser. Und dann hat er vom Auto alle Chromzieherleisten abgemacht. Ich denke, was macht er denn jetzt? Und da war folgendes, da haben die früher immer durch das Blech hindurch Schrauben gedreht, auf die dann so eine Halterung kam, wo die Chromleisten da drauf geschoben wurden. Aber da, wo drei, vier Millimeter die Schraube aus dem Blech herausragte, haben die die mit so einem, ich sage jetzt einfach mal, mit so einem Kleber ummantelt, damit die Schraubenenden nicht rosten. Das wusste ich überhaupt nicht. Und mein Vater in mühevoller Kleiner war, der war ganz ruhig, hat der alle die Dinger ab und hatte plötzlich dann so einen Knubbel von dem Zeug, weil er an jeder Schraube die abgemacht hat, wie Knetium. Und dann hat er angefangen, das war eine Aluminiumwanne, hat er ganz vorsichtig die Splitter nach innen geschlagen, hat den Tropfen, den er sich da zurechtgeschnitzt hatte, in das Loch gehauen, die ganzen Ränder da drumherum mit dieser Kaugummimasse, sage ich jetzt mal, verklebt und dann alles, was wir an Lassoband und Isolierband sogar und so, bis um den ganzen Motor gebildet, um unten den Tropfen festzuhalten. Ja, dann nach ganz kurzer Zeit war es Öl weg. Was machen wir jetzt? In so eine Oase und dann versucht er in den Arabern, ja, kein Wort, Englisch sprachen oder so, zu erklären, was los war. Aber die haben das alles verstanden, mit Händen und Füßen. Und ich immer sagte, Ölio, 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 das kannten sie auch. Und auf einmal guckten die sich an, da kriegten zwei so jüngere Araber eine Schüppel in die Hand gedrückt und jetzt gingen die so, weiß ich, 50 Meter in die Wüste hinein. Ich denke, was machen die denn nun? Fingen da zu schaufeln. Was holten die aus dem Sand? Deutsche Wehrmachtskanister mit Panzeröl. Und dieses Panzeröl war extra dickflüssig wie der Teufel. Das konnten sie nicht mal rühren. Und dann holten die da zwei Kanister raus, sammelten alle möglichen Konservendosen ein. Da wollten sie das dann reinschütten. Und dann haben wir das versucht. Das floss aber überhaupt nicht. Das war so dick. Dann haben wir diese Kanister zwei, drei Stunden in die Sonne gelegt, in die hellste Sonne, damit das überhaupt flüssig zu machen war. Und diese Dosen haben wir dann nachher in den Koffer rumgesteckt und mit ein paar Schnüren so, dass sie nicht umfielen beim Bremsen oder sonst. Und dann sind wir alle 50 Kilometer, musste ich neues Öl einfüllen. Da sind wir mit Mühe und Not nach Kairo gekommen. Das war eine hervorragende Geschichte. Unglaublich. War Ihr Vater technisch da begabt? Nein, der war handwerklich begabt. Der hatte einen ganz anderen Beruf. Aber der war handwerklich begabt und hat dann bei der Wehrmacht, war der im Krieg in Tirol, in dem Rosengard massiv, bei der Flak, und war da Sanitäter. Der wollte nicht schießen, der sagte, ich mache jetzt hier Sanitäter. Und hat dann die verrücktesten Sachen mitgebracht. Aber dadurch kannte der sich gut aus mit Heftpflaster und all so ein Zeug. Was dann später dieser Geschichte, und durch seine Autobastelei, der hat wirklich an Autos rumgebastelt, wusste der das mit den Leisten. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Naja. Und wie kam es bei Ihnen dann, dass Sie beim Fernsehen gelandet sind? Weil das war ja ein großer Schritt eigentlich. Ja, ja. Ich wollte immer zum Fernsehen. Und ich hatte einen Sparkassendirektor in Hillen, in meiner kleinen Stadt, der immer sagt, Ali, du musst um Fernsehen. Das ist das neue Medium, da musst du hin. Ja, ich sage, und wie soll ich das machen? Ja, da überlege ich dir was. Also wenn du Darlehen brauchst für Ausrüstung oder so, kriegst du von mir und so. Wir waren gut befreundet und so. Aber dass ich dann ankam nach diesem Gespräch mit dem Leiter der Dinge, dann habe ich mir eine alte Webo-Patee gekauft. Ich konnte aber ganz billig kaufen, eine 16mm. Und damit habe ich dann diese zwei kleinen Filme gemacht. Und jetzt lassen Sie sich kaputt, was das war. Der eine Film war die Herstellung von den Negerküssen. Ja, aber dann mit den Kindern, die sich dann verschmierten und so richtig schön gemacht. Und die andere Geschichte war, das gibt es heute kaum noch, da hatten sehr viele Handwerker und Leute, die Geschäftslokale hatten, hatten ihren Berufszweig, wenn man so will, auf dem Türgriff verewigt. Künstlerisch irgendwie verewigt. Fotograf, so ein Fotoobjektiv mit drei Stativbeinen und so weiter. Und dann habe ich die alle gesucht, habe 20, 25 gefunden. Und dann habe ich da aber einen Trick gemacht. Dann habe ich die Türen immer als Blenden genommen. Dann gingen die auf und dann gingen die zu. Dann kamen die in die Schärfe hinein oder gingen aus der Schärfe raus. Und das hat denen dann gewaltig imponiert, was ich mir dazu habe einfallen lassen, dass das ein vernünftiger Film wurde, ein richtiges kleines Feature wurde. Ich habe mir immer was einfallen lassen. Deshalb war das ja auch bei den Motorsport-Berichterstattungen nachher. Ich wollte nicht nur das Nudeltopf reinmachen, weil ich dann so alles an Feature dazwischen gemacht habe. Und dann einer der Höhepunkte dieser ganzen Berichterstattung war ja 45 Minuten im ZDF im Sportspiegel Leben mit dem Tod vor Augen Rennfahrerfrauen berichten. Okay. Haben alle gesagt, bist du bescheuert? Da wird doch keiner über ihren Mann oder über die Geschichten reden und so. Ich sage, woher wisst ihr das? Das habt ihr doch noch gar nicht probiert. Ich habe sie alle bekommen, die ich wollte. Ich hatte zehn oder elf Frauen im Interview. Das war Wahnsinn. Einer, dessen Frau dann was gesagt hatte, der ist mir heute, nach 15 oder 60 Jahren, ist der mir noch böse, weil ich da seine Frau ein bisschen habe auflaufen lassen und so. Kann man sagen, wer es ist? Nein. Doch, kann man. Der berühmte Mann, jetzt bin ich mal gespannt, ob das ist, der berühmte Mann mit dem Hütchen. Ja, Hans Haier. Ja, die Frau von Manns Haier. Okay. Der ist dann gelaufen. Und dann ist die Frau von Manns Haier mit ihrem Sohn, der jetzt schon, weiß ich, 50, 60 ist, wie ich meine auch, auf dem Arm, ist dann noch im Bild, in Höhe zu und überall als Dinges fotografiert worden. Und vorher hat die mir gesagt, ja, sie würde ihren Mann am liebsten davon abbringen und so. Besonders jetzt, wo sie Mutter, junge Mutter geworden wäre. Ja, die zwei haben sich über diese Aussagen nur so regelrecht zerstritten. Das war unglaublich. Wir sind aber heute noch zusammen. Und heute treffen wir uns manchmal noch bei verschiedenen Geschichten, wie zum Beispiel 50-Jährigen Jubiläum von der Scuderea Colonia, die der Graf Berge von Trips mal gegründet hat. Da bin ich ja immer noch drin auch und die auch alle. Und da haben wir uns alle noch kaputt gelacht über die Geschichten, haben uns alle wieder getroffen. Das ist jetzt gerade ein Name gefallen, den Graf Berge von Trips. Das war auch ein Wegbegleiter oder mit dem hat sie auch eng befreundet eigentlich. Ja, ich war da befreundet, also nur bekannt. Nicht befreundet, ich muss das alles genau auseinanderhalten. Denn, das war da so eine Geschichte, die sich ja später denn erst aufglättet hat. Der fuhr auf Tornhacks an einem Motorrad, was hier in Wuppertal-Langerfeld gebaut wurde. Und auf der fuhr ich auch. Und dann wollte meine Freundin aber nicht mehr Motorrad haben. Und ich wollte dann richtig schönen Gas geben damit auch immer. Und er sagte, nee, wir kaufen uns eine Vespa. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir die Vespa kauften, fuhr Graf Berge von Trips und Huschke von Hanstein rein aus Geld. Den Jungen ging es ja damals auch nicht so gut. Das darf man nicht vergessen. Das waren ja ganz andere Zeiten. Fuhren die regelrechte Werbeveranstaltungen. Für den Hoffmann aus Lindorf. Hoffmann war der Lizenznehmer von der Vespa, von Piaggio in Dings. Und hat nach drei Jahren das ganze Ding abgenommen bekommen, weil er nämlich an der Vespa Veränderungen gemacht hatte, der Hoffmann. Aber der war ganz schlau. Der hatte drei Schwestern, die Geschwister Touré, die alle drei Motorroller fuhren, über die dann noch mal berichtet wurden. Und wo ich einmal sogar mitgefahren bin. Ich kannte die drei Schwestern. Aber auch Graf Berge von Trips und Huschke von Hanstein. Rund um das Siebengebirge, so eine Zuverlässigkeitsveranstaltung, kurz hinter Ittenbach, kommt ein kleiner Bach. Wer legt sich als erstes auf die Schnauze? Der alte Huschke von Hanstein, der konnte ja gerne Motorroller fahren. Der Ding ist, der hat da jetzt schon viel Gelände gemacht. Der fuhr dann da durch. Und ich kam auch durch. Und auf die Art und Weise. Ich wusste doch gar nicht, wer das war. Denn der fuhr ja dann auch unter einem Pseudonym. Das Pseudonym, habe ich sogar mal gewusst. Habe ich irgendwo stehen. Gut, wie der mal sei. Der fuhr dann unter einem Pseudonym, weil seine Eltern, die ich Ihnen eben gezeigt hatte, die durften nicht wissen, dass er Motorrad fuhr. Ja, also Motorrad, sportliche Veranstaltungen fuhr damit. Das wollten die nicht. Damit er nicht, sollte er ihr Erbe, sollte er verwalten, da Schloss Hemmbach und die Dings. Er war ja auch viel in der Landwirtschaft tätig. Ja, und auf die Anwärts habe ich den dann kennengelernt. Und als ich das später erzählt habe, ich könnte das jetzt mit einem Griff rausholen, weil ich das gut abgelegt habe. Als ich das später erzählt habe, hat mir das keiner geglaubt. Nur einer, der über Graf Baird von Trips im Buch mehrere Bücher geschrieben hat, der hat mit einem einzigen Satz in einem Buch das mal erwähnt. Und ich bin durch Zufall an einen Menschen gekommen, der so Prospekte sammelt und so. Und der hatte von der Deutschlandfahrt 1952 oder sowas, hatte der ein Programmheft. Und was glauben Sie wohl, da drin steht der Graf Baird von Trips auf 125er Vespa. Da konnte ich alle denen, die dann gesagt haben, nee, der ist doch nie auf der Vespa fahren. Da konnte ich denen alle beweisen, dass das stimmt. Und das haben Sie den Eltern von Graf Baird von Trips erzählt, dass er so Motorrad fährt. Ja, dann habe ich das dummerweise gesagt. Dann hat die, bei der Veranstaltung, die sie da in den Bildern eben gesehen haben, 1968 bekam ich ja schon die Graf Baird von Trips Medaille. Und auf der Veranstaltung saßen wir nach der Verleihung an einem Tisch. Und da sagt die Greifin zu mir, sagen Sie mal, Sie sind ja so ungefähr, in dem Alter, haben Sie denn unseren Sohn gekannt? Ja, habe ich gesagt, ich bin mit dem auch schon auf dem Motorrad Veranstaltung gefahren. Da dreht die sich um zu ihrem Mann und sagt, Vater, Vater, weißt du, dass unser Sohn auf Motorrad, Motorsport gefahren, gemacht hat? Ja, sagt der Alte. Dann winkte sie ab. Ja, ja, zwei, drei Mal. Und dann habe ich ihn davon abgewahrt, was natürlich nicht stimmte. Aber sie wusste das auch nicht. Und ich hatte das in meiner Dummheit verraten, weil ich natürlich gedacht habe, die wissen das. Wissen sie aber nicht. Aber da war er schon tot, oder? Da war er längst tot. Und wie kam die Idee auf eigentlich zu Ihrer vielleicht berühmtesten Sendung? Das hing auch mit einer Rollertour zusammen. Ich bin mit meiner damaligen Freundin, später auch Frau, die da dann auch noch verewigt ist, und 100 Pfund Campinggefäck von Düsseldorf aus durch ganz Italien und so weiter, durch ganz Österreich, Großglockner hoch natürlich, musste ja Großglockner fahren. Und dann, und als wir auf dem Rückweg, ach so, muss ich erst mal sagen, wohin? Nach Cesaro Lido. Und dieses Cesaro Lido lag in so einer Bucht, Ponte Savioni, war eine Anlegestelle von einem kleinen Fährboot, was sofort bis zum Markusplatz nach Venedig fuhr. Also sind wir immer mit dem Vespa oder zur Ponte Savioni, da rein und dann auf der Düsseldorf. Und dann auf der Rückfahrt habe ich das kaum gemerkt, in Italien sind ja so flache Straßen, dass ich mir beim Runterfahren auf dem Großglockner, für die damaligen Bremsen, waren die bergabstrecken viel zu lang. Die haben dauernd gebremst, und ein Zweitakt, da hält ja nicht viel, mit dem Motor, und dann hängen sie dauernd auf der Bremse, dann merken sie ja, dass sie die Bremse restlos runterfahren, verbrennen und so weiter. Und das habe ich dann erst gemerkt, auf der Rückfahrt auf dem Großglockner. Und da wurde mir das so gefährlich, dann habe ich dann noch versucht, das zu reparieren, wenn ich Ihnen das erzähle, lassen Sie sich kaputt. Und da kam ja die Brenzbacke nicht mehr an die Trommel. Und dann hatte ich aber kein Material irgendwie da, mit dem man diesen Abstand verringern konnte. An, nachstellen konnte ich das nicht mehr. Das Schaum war schon längst dabei. Dann habe ich mir eine Blechdose geholt, eine Konservendose, und habe genau die zwei Zentimeter mit einer Blechschere geschnitten. Und habe das Blech von der Konservendose so geschnitten, weil das sich ja auch so dann noch beulte, in die Trommel gelegt. Hielt natürlich gar nicht lang, weil dann doch beim nächsten Bremsen das alles zusammenhopelte und dann schmiss die Bremse den Blechstreifen raus und so auf. Aber wie gesagt, also jetzt erzähle ich mal, wie eigentlich die Grundidee bei mir zu dem siebten Sinn entstand. Ich habe damals immer schon mit regem Interesse die Automobilzeitschrift Automotor und Sport gelesen. Und dort hatte der deutsche Bergmeister schon vor dem Krieg, war der ein bekannter Rennfahrer, nämlich der Hans Stuck, Vater von dem jetzigen Stretzelstuck, der hatte da eine Serie, die hieß Unfalle richtig. Kein Mensch wusste, was damit gemeint war, aber ich habe das sofort aufgenommen und habe gedacht, der will ja nur erklären, wie man, wenn ein Unfall unvermeidbar ist, die Folgen des Unfalls für sich selber, manchmal auch für das Fahrzeug, vermindern kann, indem man mehr Wissen hat als alle anderen. Und dann hatte ich im Kopf noch so eine Geschichte, dass er erklärt hatte, wie wenn die Bremsen im Gebirge versagen und man auf einer Passstraße bergab plötzlich keine Bremsen mehr hat, wie man dann das Auto an die Felswand lenken soll, das Auto da dran vorbeischrappen lassen soll, um die Schwindigkeit zu verringern, weil man sonst mit vollem Dampf in der nächsten unteren Kurve gegen die Steinmauer gedonnert wäre. Und wie gesagt, ich war dann mit der Vespa unterwegs, bergab auf dem Großglockner, da habe ich plötzlich diese Geschichte von dem Mann Stuck im Kopf und dann denke ich, das hat er alles für Autos geschrieben, das kannst du doch nicht mehr im Vespa-Roller machen. Und im gleichen Moment hat mir meine Gehirn dann gesagt, ja warum eigentlich nicht? Du hast da ein Schutzschild vorne vor, du kannst ja die Beine hier vorne weg rausnehmen, du hast hinten so eine Backe an dem Vespa-Roller, probier das doch mal. Und dann habe ich das Ding tatsächlich an die Felswand gehalten, dann schlief der vordere Schutzschild und die Backe hinten dran vorbei, dann schlug aber der Lenker um, weil der noch größer war und rausguckte, aber ich hatte dann schon 10, 15 Stundenkilometer Schwindigkeit abgebaut und in dem Moment hatte ich auch den Mut abzuspringen, mich zusammen zu kugeln, zu rollen und dann lag ich da auf der Fahrbahn, die Vespa kam hinter mir her, das waren ja immerhin so 6, 7, 8 Meter, die ich da geholt habe und die kamen immer hinter mir her und ich hatte Angst, vor meiner eigenen Vespa erschlagen zu werden. Und dann, ja, und da habe ich dann gedacht, Mensch, das sind alles so Tricks, du musst mal so Rallyefahrer fragen, wie die das alle machen und, und, und. Und da bin ich mit der ganzen Rallyszene in Verbindung gekommen. Da gab es in Düsseldorf so eine Motorsportgeschichte, das war das Rhein-Ruhr-Racing-Team, RRR hieß das, da bin ich dann auch Mitglied geworden und dann habe ich die Jungs immer befragt, wie. Und auf einmal sagt dann einer von denen, sag mal, hast du über Weihnachten Zeit, da war ich dann aber schon ein paar Jahre später über Fernsehen, hast du über Weihnachten Zeit, ich sag, warum, was soll ich denn über Weihnachten machen? Ja, zwischen Weihnachten und Neujahr trainieren wir immer die Rallye Monte Carlo. Da habe ich gesagt, wie, ihr, wer? Und dann zählten die Medien auf und dann waren das vier Paarungen, vier Autos mit acht Leuten, alle aus Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich gedacht, das ist eine tolle Geschichte, das weiß kein Mensch, das Motorsportler aus Nordrhein-Westfalen bei der Rallye Monte Carlo mitfahren. Und da bin ich dann zu meinem Chef und dann habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, dass aus Nordrhein-Westfalen Motorsportler bei der Rallye Monte Carlo, der berühmten Rallye Monte Carlo, mitfahren? Nee, hat der Chef gesagt, das weiß ich auch nicht. Ja, ich sag, darüber möchte ich gerne mal einen Bericht machen, denn die wollen mich mitnehmen, die fahren zum Training, zwischen Warnern und Neujahr darauf, da könnte ich gut mitfahren und so weiter. Ja, sagt der Chef dann zu mir, aha, das heißt mit anderen Worten, Sie wollen in Monte Carlo Urlaub machen und der WDR soll das bezahlen. Ja, da habe ich gesagt, so ähnlich stelle ich mir das vor. Ja, und da habe ich 1963 meinen ersten Rallye Monte Carlo Bericht nicht in der großen Geschichte, sondern fürs Regionalprogramm gemacht, mit den vier Leuten, die da mitfuhren. Und dieses wiederum sah der Ernst Huberti, ruft mich an im Hause, ich hatte da so einen entschreibt, ich rufe mich an und sage zu mir, sag mal, bist du eigentlich noch recht gescheit, wie kannst du denn im Regionalprogramm über die Rallye Monte Carlo berichten? Das kommt aber nicht mehr in Frage, das läuft demnächst bei uns hier. Es sei in Ordnung, wann reden wir da überhaupt. Und da habe ich dann, wie viel Mal, 16 Mal, 15 oder 16 Mal die Rallye Monte Carlo, über die Rallye Monte Carlo berichtet. Da haben Sie ja einiges erlebt, von 65 an bis 80, da haben Sie ja den Aufstieg von Walter Röll noch miterlebt. Ja, da habe ich, also jetzt ist er dran, das kann ich sagen, auch wenn ich Ihnen die Bilder zeige, die ich von Walter Röll, ich habe ihn nicht miterlebt, sondern ich habe Walter Röll richtig mit aufgebaut. Da gibt es also Dankeschreiben drüber und so. Und zwar, der fuhr ja auf Opel und ich kannte den damaligen Rennleiter, den Hellebein, kannte ich sehr gut von Opel. Und dann sagt er zu mir, du musst dich mal hier ein bisschen um den Dings kümmern. Und da fuhr der Walter Röll noch mit seinem allerersten Beifahrer, mit dem Jochen Berger. Und da habe ich gesagt, der ist in Ordnung. Wo treffe ich den? Wo fahr der hin? Wo sind die Punkte? Wo können wir uns treffen und so? Und da habe ich mein allererstes Interview mit Walter Röll gemacht. Und da gibt es auch wieder noch eine lustige Geschichte. Da kommt der Kameranmann plötzlich und sagt, das geht aber so nicht. Ich sage, was geht nicht? Der sagte, ich kriege so ein komisch schiefes Bild. Sie sind so klein und der Walter Röll ist so groß. Wie soll ich denn das reinkriegen? Und dann sagt ein Monteur, der da das mithört und sagt, das haben wir gleich. Nimmt einen Ersatzreifen, schiebt den mir und dem Berger unter die Füße, denn der Berger hatte meine Größe, damit der Kameramann ein ausgeglichenes Bild von drei auf gleicher Höhe befindlichen Köpfen kriegen konnte. Und davon gibt es ein Foto. Denn da wurde ja noch mit Spikes gefahren, denn dieser Reifenersatzreifen, den man mir dann unter die Füße, der hatte so ungefähr 400 Spikes drin und so. Und die sieht man auf dem Foto noch ganz genau. Und das Foto hat Rainer Braun schon mal gezeigt. Ja. Das kenne ich. Das habe ich ihm gegeben. Ja. Das habe ich ihm mal geschickt, weil er wusste, er kannte die Story, es wusste davon und und und. Und da kamen auch die ersten Berichte in der Sportschau. Ja. Wie haben Sie denn damals so wahrgenommen? War das für Sie schon so der kommende Star? Für mich war der Walter Horel der kommende Star, weil ich hatte damals auch schon, so wie ich für die Fernsehgeschichten ein Gefühl hatte, hatte ich schon das Gespür, dass aus dem was wird. Und das trügte mich dann später nicht, weil ich ging ja dann für dreieinhalb Jahre zu fort, als Pressechef zu fort. Und da in diesem Zeitraum von 70 bis dreieinhalb fiel die Olympia-Rallye, die einmal als Weltmeisterschaftslauf 1972 nach Deutschland vergeben wurde. Und da kommt dann jemand plötzlich an, der Jochen Nerpasch, mit dem ich auch eine Geschichte erzählen kann, kommt der Jochen Nerpasch plötzlich und sagt, Mensch, wir müssten dem Walter Horel, der fährt wirklich ganz gut, den müssten wir ein Auto besaugen. Und dann haben wir das Auto in Hamburg besorgt, bei den Gebrüdern Klein. Jochen Klein, beim Bruder. Ja, die waren ja noch zusammen, die Brüder, kamen ja später. Dann haben wir das Auto besorgt und die wollten uns das Auto aber nicht geben. Und dann sagt der Jochen Nerpasch zu mir, du musst das Auto kaufen. Das heißt, du hast das noch im Budget. Ich darf das nicht. Ich darf alle Rennautos bestücken, aber ich darf kein Rallyeauto finanzieren. Das machen die Engländer. Die fuhren ja dann auf Escort und so. Da war das eine genaue Unterscheidung. Und dann habe ich das Auto vom Client gekauft, damit der Walter Horel damit fahren kann. Als Pressechef. Als Pressechef von Ford. Das war auch so eine tolle Geschichte, die heute nicht mehr möglich ist. Ich hatte so einen sauberen Namen, dass ich jetzt Ford nicht in den Vordergrund stellen würde, dass ich während dieser dreieinhalb Ford Jahre für die ARD und für die Sportschau weiter Motorsportberichterstattung betreiben konnte. Als Pressechef von Ford. Da habe ich natürlich große Probleme gehabt, weil ich dann, ich wollte ja nicht auffallen und habe dann Ford weniger reingenommen, als ich es endlich hätte gekonnt. Das ist so ja den Leuten dann bei der Sportschau aufgefallen. Ich habe gesagt, jetzt sehen wir überhaupt keinen Ford mehr. Das geht auch nicht, Junge. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir einen wunderschönen Feature. Da müsste mir nur Sendezeit geben. Es ging immer nur um die Sendezeit, um mehr oder weniger. Da will ich 15 Minuten Sendezeit haben und dann mache ich ein wunderschönes Porträt über den Jackie Stewart. Und dann habe ich da ein Porträt über den Jackie Stewart gemacht und da hieß, 10 Tage mit Jackie. Und an jedem Tag fuhr der mit einem anderen Ford Auto eine andere Motorsportveranstaltung in ganz Europa. Auf die Art und Weise hatte ich natürlich dann vom Escort bis zum Granada hatte ich alles drin. Das war unglaublich. Und dann habe ich ihn noch genommen. Der war ja, der Stewart war ja in der schottischen Nationalmannschaft der Turntaumenschützen in der Nationalmannschaft. Und als er dann Motorsport betrieben hat, ist er da nicht weg. Hatte aber die ganzen Gewehre noch. Dann habe ich denen in diesem Porträt gezeigt, wie die aus dem Kofferraum vom Granada so eine Schlott finden haben an so einem Stand. Pach, flucht so ein Ding. Pach, pach, pach. Und dann haben wir ihn dazu gekriegt. Und dann hat er bei der Olympiade 1972 seine ehemaligen Kollegen aus der Turntaumhilde am Stand besucht, als die dran waren zum Schießen. Und die Geschichte habe ich noch mit in den Film eingebaut. Ach, traumhaft schön. Und 1972 war ja auch das Jahr, wo Walter Röhrls Zeiten so angezweifelt wurden. Da ist er ja schon alles schnell in den Boden gefahren. Ja, weil keiner glauben konnte, dass der mit dem Auto solche Zeit war. Der hat bei dieser Rallye, da gab es, glaube ich, ich sage jetzt mal, 17 Sonderprüfungen. Davon hat er sieben oder acht auf Bestzeit gefahren. Und dann hat er bei irgendeiner Sonderprüfung das Auto rausgeschmissen, weil da ist er ja auf einem Capri gefahren. Und der Capri war zu der Zeit überhaupt kein Rallye-Auto. Oder er hätte mal eher einen Escort nehmen können. Aber da ist der mit dem Capri diese Zeit. Und dann kommen die hochdotierten Jungs da aus aller Welt, kommen da an und sehen die Zeiten da und haben gesagt, das kann nicht stimmen. Der kann mit dem Capri gar nicht so schnell fahren. Hat er aber. Es war wirklich wahr. Es war belegbar und, und, und. War wirklich toll. Haben Sie sich da beschwert als Ford-Pressechef, dass die da die Zeiten streichen? Nee, die haben ja keine Streichen. Nicht gestrichen, aber das nicht akzeptiert wurde. Ja, natürlich habe ich mich gewehrt. Aber wenn dann auf ihrem Fabrikat, da kommt der Pressechef, dem glaubt man ja dann auch nicht. Dann habe ich dann ein paar Leute aus dem Motorsport, die ich kannte, die da die Zeitnahme machten. Mit denen habe ich dann darüber gesprochen. Ich sage, Jungens, ihr müsst euch wehren. Ihr könnt doch nicht einfach auf euch sitzen lassen. Ihr hättet die Storbeuhren falsch gedrückt oder sowas. Und dann haben die gesagt, nein, die Zeiten sind richtig und wir bleiben dabei. So ist das denn so ausgegangen überhaupt. Aber das war richtig Krawall. Der Mike Kranefuß, mit dem hatte ich auch schon das Vergnügen. Das war ja auch die Zeit eigentlich, wo Sie bei Ford waren. Der hat mal gesagt, dass für Ford Motorsport immer ein schwieriges Thema war. Ganz schwierig. Ja, ne? Ganz schwierig. Also das kam durch die Trennung Rallys bei Ford Dagenham. Weil da nämlich auch ein berühmter Mann saß, der immer alles an sich zohnt. Nämlich Jack oder sie, Turner. Der ehemalige Rennleiter von MG. Der hat ja die Mini-Coopers auch bei der Rallye Monte Carlo richtig zum Siegen gebracht. Und der war nachher Rennleiter von Ford in England. Und der Nerpasch und der, die stritten sich nicht mehr, weil der Nerpasch ein ganz vernünftiger, ruhiger Mann her war, wie wir ihn alle kannten. Und ich kannte ihn noch viel früher als alle anderen. Ich habe nämlich in der Zeit beim Regionalprogramm, als ich noch gar keine Rallys gemacht habe, habe ich über Jochen Nerpasch das Porträt eines jungen Rennfahrers aus Nordrhein-Westfalen gemacht. Noch alles in schwarz-weiß. Und dann hat er mir sein Album aufgeklappt. Und dann bin ich mit dem zum Nörwischring gefahren. Dann ist der mit dem alten Borgwart seines Vaters. Das ist der Vater. Und als der Vater ihm den Borgwart dann mal weggenommen hatte, da ist er mit dem Mofa, mit dem Moped raufgefahren zum Nörwischring. Und das habe ich alles in diesem kleinen Porträt vom Jochen Nerpasch. Deshalb kannte ich den. Ich wäre selber auch nie zu Fort gegangen. Aber der Jochen hat mich dann angerufen und hat gesagt, du, die brauchen da noch jemand. Und ich habe dich auch vorgeschlagen und und und. Komm rüber und und und. Und dann bin ich dann für die drei Jahre, vier Jahre nach zu Forte gegangen. Wie klein die Welt ist. Und Jochen Nerpasch war ja ein ganz erfolgreicher Rennfahrer, der Ende der 60er Le Mans mitgefahren ist. Ja, und den habe ich dann, als ich die Motorsportberichterstattung gemacht, ja, bei vielen anderen Rennen getroffen. Beispielsweise bei der Tariflorio 67 oder sowas. Da fuhr er auch da mit. Und der Rüschke von Anstein gab mir schon zu dieser Zeit immer einen Pressetestwagen und war dann immer besonders stolz darauf, ich auch, dass ich der einzige Journalist war, der immer ohne Schramme das Auto wieder zurückgegeben hat. Bin schnell gefahren, aber auch sicher und so. Und da gab es dann auch so ein paar kleine Geschichten. Auf der Tariflorio da hat der Rüschke von Anstein, hat mich nämlich mal prüfen wollen, wie schnell ich denn eigentlich mit dem normalen Auto fahren will. und hat gesagt, du, pass auf, ich muss, ich habe hier kein Auto, und wenn du mehr hast, hast du Zeit, kannst du mich mal eben zu dem Zwischenlager da und da fahren. Dieses Zwischenlager da und da war aber 40 Kilometer entfernt. So, jetzt habe ich den Rüschke von Anstein, zuerst ganz sachte. Ich denke, der hat keine Blöße geben, dass der hier einen halben Rennfahrer spielt, aber schnell und sicher, habe ich den gesehen. Und dann hat der auf einmal zu mir gesagt, gib doch mal ein bisschen Gas, Junge. Das Auto läuft doch besser. Ja, ich sage, wenn das so ist. Und dann habe ich draufgetreten. Und dann hat der die Uhrzeit dabei gestellt. Der hat die Uhrzeit, die Stoppö hat er am Handgelenkt gestellt, wie schnell ich denn bestimmte Abschnitte mit einem normalen 911er da fuhr. Und nachher kommt er zu mir und sagt, weißt du eigentlich, wie schnell du warst auf der Strecke? Nee, ich sage, ich habe ja nicht gestoppt. Das hat der Rüschke von Anstein, aber ich. Ja, und da kannte ich den Jochen ja auch schon längst. Ich habe 1967, ich habe dem Jochen vor kurzem ein Foto, zwei Fotos geschickt, die er selber nicht hatte. Da stellte Hüschke von Anstein und der Ferry Porsche, stellten die Rennmannschaft, die wurde ja jedes Jahr ausgewechselt, für 1967 vor. Und da ist der Jochen Nerpasch drauf. Und da habe ich die alle zusammen. Und dann habe ich das jetzt noch, weiß ich, 35, 30 Jahre, das Bild mal angeguckt und habe dem Jochen das geschickt und habe gesagt, was fällt dir da dran auf? Die ganze Rennmannschaft, wie viele waren das, zehn, elf Leute, die waren alle tot, außer Jochen Nerpasch. Da hat er gesagt, das ist ja unglaublich, das stimmt, das waren ja da alle, Josephat und Mitter. Und alle, die in der Porsche Rennmannschaft waren, waren im Laufe der nächsten Jahre, dann nach dem Foto, nach und nach alle auf der Rennstrecke gestorben. Und dann habe ich dem das Foto geschickt, da ist wirklich jedem, wir trafen uns dann mal, dann habe ich dem auch gesagt, ja, meistens. Das sind so die Zufälle, ne? Ja, das sind Zufälle. Die sind, im Grunde genommen, sage ich Ihnen aber ehrlich, die sind keine Zufälle. Weil, wenn man so mit Leib und Seele da drin ist, wie ich das war, hat man auch immer vorausgedacht. Was kannst du machen? Was brauchst du dafür? Wessen Hilfe brauchst du jetzt? Wer kann dir überhaupt helfen? Und, und, und. Das war ja nachher noch viel schlimmer, als ich dann immer, ich habe ja alleine neunmal über die East African Safari Rallye berichtet. Das Material pünktlich nach Hause zu kriegen, damit ich am Ostermontag pünktlich auf dem Sender war. Ich musste ja nach Hause kommen, das Material sichten, schneiden, texten, um dann auf dem Sender zu sein. Und, was glauben Sie wohl, ich habe keinen einen Sendertermin verpasst. Ich war immer pünktlich zu Hause. Und der Ernst Huberti hat dann mal gesagt zu mir, sag mal, wie machst du das eigentlich? Ja, sag ich, ich habe drei Pläne. Einen normalen Plan, einen Nassplan und einen Reserveplan. Ja, jetzt sagt er zu mir, du musst jetzt mir aber mal erklären, was ist denn Nassplan? Ja, ich sag, die Veranstaltung findet immer in der Regenzeit statt. Und was sich da abspielt mit Regen, Schlamm und Zeug, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil dann nämlich manchmal auf dem Flughafen von Hentebi oder in Nairobi sogar manche Flugzeuge nicht landen konnten, sondern noch eine Runde oder zwei gedreht haben, bis die Gewitterschauer vorbei waren. War unglaublich. Und er sagte, und der dritte Plan, was der? Ich sagte, das ist mein Reserveplan. Wenn Nass und Trocken nicht klappen, dann muss der Reserveplan fassen. Und da haben wir das Material in den Beutel gepackt, sind zum Flughafen gerast und der Pilot, und die Piloten kannten uns schon alle, das haben dann auch meine Assistenten gemacht. Und dann haben wir in den Beutel, weil durften wir nicht offiziell, warum weiß ich heute nicht mehr, weil wir durften das nicht so offiziell, da haben wir das am Flugloch des Piloten an dem Fenster, bis zu dem Fenster hochgeworfen und dann haben die nur den Beutel geschnappt, dann haben die ihn mitgenommen. Und in Köln mussten die die an einer bestimmten Stelle abgeben, da saß dann aber schon jemand vom WDR und holte das ab. Ja, unglaublich. Und das war aber ja damals nicht so, wie wir das heute kennen, wo man draufhält, im Zweifel mit dem Handy, sondern das musste erst noch entwickelt werden. Das war ein 16-Milmeter-Film. Ich habe ja noch mit schwarz-weiß angefangen. Die erste farbige Geschichte in der Sportschau habe ich auch gemacht. Das war dann die tausendste Sportschau-Sendung und wir bekamen die Genehmigung, 17 Minuten farbig in der Sportschau zu sein. Und da lief gerade das 1000-Kilometer-Rennen auf Nürburgring. Und dann sagte er ernst, wie schaffst du das denn? Wir haben nämlich überhaupt gar keine Entwicklungsmaschine für Farbmaterial. Ich sage, was? Ja, sagte er, du musst mit dem gesamten Farbmaterial zum Entwicklungswerk Hardeko in Neuss. Ach, ich sage, das ist aber lustig. Und wie kriege ich dann das Material dahin? Ja, sagte er, du musst dich mit denen in Verbindung gesetzen. Die haben nämlich noch ein Problem. Du darfst nämlich nur 15 Meter rollen. Das waren ja 30 Meter immer. 15 Meter rollen, denn die Maschine entwickelte in so und so vielen Minuten nur so und so viele Meter. Und dann ging das los. Alle die Kammerleute, sechs, sieben Kammerleute, rund um den Nürburgring verteilt, die durften alle nur 15 Meter von ihrer 30-Meter-Rolle. Und einer kam dann an und hat gesagt, ja, ich habe einfach weitergedreht. Ich sage, du Idiot, du solltest bei 15 aufhören. Dann habe ich die Rolle genommen, die 30-Milimeter-Rolle, habe über die Schulter geguckt und habe die Rolle rückwärts in den Busch gedenkt. Der Kammeran wollte mich bald erschlagen. Ich sage, wer nicht ganz konsequent hier das macht, was ich sage, damit das auch klappt und mir dann die Möglichkeit vernimmt und der Sender die Möglichkeit nimmt, das zu machen, weil du zu viel Material hast oder so. Da haben sich Sachen abgeschwilt. Und dann anlässlich dieses 1000 Kilometer beim Training, da kommt plötzlich der Erich Bitter an. Und der Erich Bitter, ich nehme an, das Foto haben Sie im reinen Auge gesehen, und der Erich Bitter schlüsterte mir dann ins Ohr, pass mal auf, ich habe da eine ganz neue, dolle Faser, so eine Durrex-Faser für die Rennanzüge. Der hält 20 oder 30 Sekunden die Hitze weg. Und das wollen wir mal zeigen. Oh, ich sage, wunderbar. Habe ich eine tolle Idee. Du stellst dich in so ein Ölfass auf einen Hohlblockstein, damit du hoch genug stehst. Nein, sage ich, dann nehme ich ein Stuntment von mir. Ja, sagt, das ist in Ordnung. Am nächsten Tag ruft er mich an und sagte, ich werde ja völlig unwahr, wenn du jetzt da ein Stuntment reinschreibst. Das mache ich selber. Ich sage, bist du bescheuert? Du kannst wohl mit deinem Auto in die Bäume fliegen, aber du kannst dich da nicht da reinstellen. Aber trotzdem, gesagt, getan, er wollte das machen. Öl unten in der Wanne angezündet, er steht völlig, mit Dingen steht da drin. Und dann habe ich nichts anders gemacht im Fernsehen als gesagt. Und Herr Mitter hat gesagt, die neue Durex-Faser hält 20 Sekunden aus. Das zählen wir jetzt mal mit 21, 22. Und dann habe ich die ganzen 20 Sekunden runtergezählt. Und genau in der 20. Sekunde springt der ganz entsetzt da raus. Und ich denke, was ist denn da los? Der Anzug war voll in Ordnung. Aber hier um den Hals herum hatte der plötzlich so kleine züngelnde Flammen. Und was war geschehen? Kein Mensch hatte daran gedacht, dass das Kunststoffzeug im Helm anfing zu brennen, weil die Flammen ja von unten kamen, da drunter gingen. Der riss sich wie so ein Irrer den Helm vom Kopf rundhin. Der hat so hatte das ausgehalten, wie er gesagt hat, aber der Helm nicht. Und Sie haben es gefilmt? Ich habe das gefilmt. Das war überhaupt eine Story. Dass ich den Auftrag überhaupt bekam, die erste Farbgeschichte zu machen. Weil sie da alle schon so viel Vertrauen zu mir hatten. Und dann das Farbkopierwerk und Entwicklungswerk in Neuss. Dann habe ich einen Plan angelegt und benötigte sechs oder sieben Kameraleute um das Dinges. Und dann benötigte ich aber sechs bis acht Motorradfahrer. Die hatte der WDR allerdings. Und die mussten dann genau auf meine Zeichnung und Dinge hin, bei dem, bei dem, bei dem das Material abholen, runter nach Neuss fahren zu dem Entwicklungswerk, in die Entwicklung geben, umdrehen und wieder zurückkommen. Und dass das immer so ein Kreislauf war. Ich habe für diese Story, die 17 Minuten dauert, habe ich über 40 Leute benötigen müssen. Denn da war ja auch noch die ganze Mannschaft von dem Kopierwerk. Da waren die Motorradfahrer, da waren die Kameraleute mit ihren Assistenten. Und dann kam ja noch dazu, dass drei, vier Schneideräume extra für mich freigehalten wurden. Dann bin ich von Schneideraum zu Schneideraum gerannt. Und dann habe ich gesagt, Ute, nimm das, mach da. Und dann haben wir das zusammengekriegt. Und dann war die wirklich für mich dann eine ganz tolle Geschichte wieder. Da wollte sich der damalige Intendant den ersten Farbfilm, tagesaktuell, ging ja um die Tagesaktualität, wollte er sich nicht entgehen lassen. Und dann kam der in den Regieraum, während die Sportschau lief und so, und hat mir dann eine Hand gegeben und gesagt, als er gelaufen ist, sag ich, das ist ja toll, was Sie mit Farbe alles machen können. Und das war der berühmte Intendant von Bismarck. Kein Mensch erinnert sich heute daran, dass der auch mal Intendant ist, wie der auch schaust. Hätte ich auch nicht gewusst. Aber wenn Sie das schon sagen mit den 40 Leuten, damals war Fernsehen eine richtig teure Geschichte, oder? Da hat ja die Sendeminute ein wahnsinns Geld verschlungen. Ja, die Geschichte mit dem Geld wird immer überschätzt. Das Problem war in dem Falle, war das die tausendste Sendung. Da hatte die Redaktion auch richtig Geld für die Feier und für die ganze Geschichte gekommen. Und dann hat der Ernst Huberti natürlich gesagt, ja, und außerdem kommen wir mit einem Highlight. Wir werden die erste tagesaktuelle Farbreportage vom Nürburgring bringen. Alles begeistert. Boah, toll. Ja, und da passiert auch was. Das hat er mir noch nicht so genau erklärt, der Alfred. Aber der will da irgendwas ganz Farbiges, Spektakuläres machen. Und das war dann die Geschichte mit dem Erich Bitterner. Und was oftmals, glaube ich, unterschätzt wird, ist, wie viel Farbfernseher gab es überhaupt in Deutschland? Zu dem Zeitpunkt gab es, also ich kann mich jetzt nicht auf eine genaue Zahl festlegen, aber es gab so wenige, dass man im Grunde genommen den Start vom Farbfernsehen immer weiter herausgezögert hat. Weil man immer gesagt hat, wir müssen die Leute erstmal kaufen und ab einer Menge von XY, die ich jetzt nicht kannte, da gehen wir dann Stück für Stück mit Farbe auf dem Fernsehen. Da wurde vorher immer nur gewaltig Werbung davon gemacht, wir starten demnächst mit dem Farbfernsehen. Das ist aber dieses Henne-Ei-Problem. Es lohnt sich nicht anzufangen, wenn keiner die Geräte hat und keiner kauft ein Gerät, wenn es nicht gesendet wird. Aber ich glaube, da sind immer Fußball-Weltmeisterschaften ganz gut. Ja, da sind so große Ereignisse und die Rallye Monte Carlo und so hatte ja damals noch eine viel größere Bedeutung als heute. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal so ein Push war. Unglaublich, das war ein Push, obwohl man ja ganz ehrlich sein musste. Mich haben ja immer Leute angesprochen und haben gesagt, ihr müsst viel mehr für den Motorsport machen und so. Das waren aber immer Motorsport-Leute. Dann habe ich gesagt, Kinders, ihr werdet es nicht glauben, aber die Menge der Leute, die Motorsport-Geschichten machen, kommen bei uns nach einer Zählung erst an siebter Stelle. Also machen wir doch jetzt alles das, was mehr Zuschauer hat, weil wir ja die Zuschauerwünsche erfüllen müssen. Und da war dann Reiten bei und Boxen bei und weiß ich was. Hatte alles mehr Zuschauer als die Dings. Und ich habe dann auch versucht, auch mehr Zuschauer dafür zu kriegen, dass ich nicht nur, wie andere das gemacht haben, das Nudeltopfrennen gezeigt habe, sondern ich habe dann richtig schöne, tolle, kleine Geschichten dazwischen eingebaut. Habe ich zum Beispiel mal die Hallefahrer gebeten, ihre Frauen mitzunehmen. Dann habe ich die Frauen als Mannequins verkleidet in Monte Carlo und dann da die Treppe auf- und runterlaufen lassen. Und dann hatten wir eine dabei, die brachte ihr Baby mit. Jetzt hatte ich natürlich keine Wiege. Ich sage, was machen wir denn damit? Da sagt die, ganz einfach, guck mal her, was die hier im Hotelzimmer für eine schöne alte Truhe haben. Zieht die Schubfach von der Truhe aus und sagt, guck mal, hier lege ich jetzt mein Kopfkissen rein und da drauf kommt mein Baby. Das habe ich alles gezeigt. Und das hat natürlich den Leuten, die nicht direkt motorsportaffin waren, hat denen natürlich gefallen. Aber auch allen anderen, weil dadurch wurde das ein bisschen aufgelockert. Denn bei all den vielen verschiedenen Facetten des Motorsports, vom Carb bis zur Formel 1 und alles, was dazwischen ist. Und dann kommen noch vier, fünf Geschichten mit Motorradfahrern. Auch von der Rundstrecke über die Zuverlässigkeitsfahrten bis zu sonst wohin. Das waren ja eine Masse Motorsport. Und dann konnte ich auch wirklich immer den Leuten, die dann immer uns vorwarfen, wir machen es zu wenig, da habe ich gesagt, ihr seht immer nur einen Sender. Die ARD hat aber neun oder zehn Regionalprogramme. Und alle Regionalprogramme machen meist jede Woche im Sommer, wenn was los ist, irgendeine Motorsportveranstaltung. Ich sage, wenn wir die Minute mal alle zusammenziehen würden, dann kriegt kein Sportarzt so viel Sendezeit wie der Motorsport. Man muss das nur global sehen. Welche Art von Motorsport hat sie besonders fasziniert? War es immer der Rallysport? Mich nur der Rallysport. Ich habe ein paar Mal an der Rundstrecke gesessen, besonders bei kleineren Geschichten. Oder bei so Flugplatzrennen oder so, da habe ich immer gedacht. Oder dann bat mich mal jemand, mach doch mal was Schönes. Wir machen so wunderschöne Slalom-Veranstaltungen. Da habe ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Da stehst du da hinten, da flitzen die Daumen, die Piloten rum, meist warfen, die meisten warfen dann welche um und so. Da musste ich mir richtig was anfallen lassen, um aus so einer Geschichte überhaupt was zu machen. Das haben ja auch die meisten Motorsport-Enthusiasten überhaupt nicht verstanden, dass man, um einen Film zu machen, ja auch Material brauchte und Ideen, um da was draus zu machen. Man hat gar keine Vorstellung davon, wie schwierig das eigentlich damals war, Fernsehen zu machen. Diese riesen Kameras, das alles manuell einstellen, Belichtung. Man konnte das Material nicht prüfen. Und da ist Rally schon eine Herausforderung. Überall hinfahren, dickstes Zeug aufbauen, tun, bis alles gepasst hat. Und dann hoffen, dass das Material was geworden ist. Ja, und dann, das besonders bei der Monte Carlo ging das ja noch, weil wenn man aus dem Schneegestöber, sofern es überhaupt wie es gab, mal raus war, war man ja ganz schnell auf trockenen Straßen. Aber ich habe ja neunmal über die East African Safari Rally berichtet. Was sich da abgespielt hat an Staub, an Dreck, an verdrecktem Material. Wir mussten nachher die Kameras mit Lassoband richtig außenrum abkleben und mussten um die Objektive herum, weil durch die Objektivkanäle, das waren ja Wechselobjektive und die hatten ja, sagen wir mal, ein Mühluft. Ja, klar. Und durch diese kleinen Dinger kam Sand in die, ich habe eine Geschichte mal gehabt, da kam ich nach Hause, ich hatte ja immer zwei oder drei Kameraleute mit oder Teams mit, da hatte eine Kamera Sand geschickt. Da war jedes, alles, was die gemacht hatten, hatte einen langen, durchgezogenen Strich auf der Schicht, weil, und da konnte man gar nicht senden, konnte man wirklich nicht senden, weil der nicht die Kamera sauber genug abgedichtet hatte. Das war eine vorrückte Geschichte. Aber die East African Safari, die hat Sie fasziniert. Das war so eine Rallye, die Ihnen gefallen hat. Ja, weil die auch am schwierigsten waren, die Wetterlagen, die Schlammdurchfahrten, die Wasserdurchfahrten. Wir selber haben ja ein paar Mal, manches Mal was nicht mitgekriegt, weil ein Bach und eine Furt, wo man beim Hinfahren noch gut durchgekommen sind, beim Zurückfahren war der Wasserspiegel vielleicht einen Meter 50 oder zwei Meter hoch und da donnerte ein Fluss runter. Und da wollte einer von meinen Kameraleuten doch mal fahren, durchfahren. Flaps hat es denen so weggeschoben, richtig, da ist es umgekippt von der Furt herunter, das ganze Auto mitsamt Kameras und allem nach unten im Wasser. Also da haben wir schon verrückte Sachen erlebt. Oder ein anderes Beispiel. Wenn die Rallyefahrer mit dem Flugzeug zu irgendwelchen Flughäfen kommen wollten, also nicht die Rallyefahrer, sondern die Servicemannschaften und konnten da nicht landen, weil das Flugfeld unter Wasser stand, da bin ich auf eine ganz verrückte Idee gekommen. Dazu gehörten ja auch meine Leute, die saßen in vierradgetriebenen Wagen dann unten am Flughafen und kamen aber nicht an die Strecke, weil ich nicht runterkam und das Flugzeug nicht runterkam. Das habe ich einmal mitgemacht und da bin ich auf eine verrückte Idee gekommen. Dann bin ich in Nairobi in einen Herrencheft gegangen und habe zwölf Herren-Taschentücher, so in so einem fischen Nebelladen gekauft. Dann bin ich in den nächsten Einkaufsladen gegangen, habe eine Rolle Schnur, also Kordel gekauft. Dann habe ich in einem anderen Laden, habe ich Einmachgläser Gummis von den 1 Liter Einmachgläser, die es in Nairobi genauso gab wie in Deutschland, die ich von meiner Oma kannte, habe ich da die Gummis genommen und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich nachts im Hotelzimmer aus diesen Utensilien Fallschirme gebastelt, kleine Fallschirme. Und dann habe ich immer, wenn es nicht anders möglich war, habe ich im Flugzeug einen Zettel geschrieben, den Zettel um den Stein gepackt, Omas Gummiband da drum getan, kleines Fenster schon aus, rausgeschmissen und geguckt, ob die das dann da unten noch fanden und so. Und dann stand dann da drauf, können nicht landen, nächster Flughafen Nanyuki, 40 Meilen weiter und so weiter. Wir sehen uns da. So ging das damals ohne Funk und Handy. Ja, ohne Funk und Handy. Die mussten sich was einfallen lassen. Das war schon nicht ganz so einfach. Sie haben auch für die Rallye Paris-Dakar, haben Sie auch was gemacht. Ja, da war ich auch mal wieder der Ideengeber und vor allen Dingen der, der den Mut hat, das zu machen. Kein Sender in Deutschland hat, als man das angeboten hatte, hat das angenommen. Und dann hat der Ernst und Bercht wieder gesagt, wenn er das schafft und auch pünktlich wieder zu Hause ist mit dem Material, denn da drum ging es ja, die besten Bilder waren ja völlig unnitz, konnten sie halt in die Tonne kloppen, wenn sie nicht pünktlich zu Hause waren. Dann war der Sendetermin weg, Schluss, aus. Oh, dann hat er gesagt, das kann nur der Halle, wer denn überhaupt. Und dann habe ich 1984 als einer der ersten Europäer, oder sagen wir mal besser als Deutscher, einen Bericht über die Paris-Dakar gemacht. Auch mit den verrücktesten Geschichten. Ein Jahr später stürzte der Veranstalter, der Pierre Savienne, stürzte mit dem Flugzeug ab. Was war passiert? Die flogen ja alle so nah, um die Leute und auch die Motorradfahrer so mit der Kamera kriegen zu können. Und der hatte auch ein Kamerateam an Bord. Und dann hat der Pilot eine zu enge Kurve gefahren und ist mit einem Flügel ganz leicht an eine Düne gekommen, eine Sanddüne gekommen, die er völlig in der Höhe unterschätzt hatte. Ja, dann hat sich das Ding gedreht, rund, fort, aus. Da ist der Pierre Savienne ja auch tot geblieben. Ja, das hat mir der Just Capitour erzählt, der mit dem befreundet war. Ja, der Capitour, der müsste mich auch noch kennen, denn den habe ich ja zweimal begleitet. Als der einmal auf Motorrad fuhr und als der später auf Unimog fuhr. Genau, da haben sie ja gewonnen. Ja, die Unimog-Wertung, nicht die Rallye. Nee, genau, ja. Ja, und dann bin ich mit dem Capitour hier in so einen Steinbruch gefahren, weil ich gesagt habe, in dieser Eile und dieser Hektik und in diesem Schlagen kriegt kein Kameramann den Kopf vom Fahrer mal ruhig drauf. Haben wir die alle hier in einem Steinbruch gedreht und die haben wir später alle dazwischen geschnitten. Passt noch alle. Die Bilder, die haben sie von den Fahrern im Steinbruch gedreht. Ja, die ruhigen Köpfe beim Fahrern, zwar dann auch so ein bisschen gemacht, als wenn das uneben wäre, aber die haben wir im Steinbruch gedreht. Mit was für Tricks da gearbeitet wurde. Ja, ja, musste doch. Du konntest bestimmte Dinge mit den großen Kameras und mit den Kameras überhaupt und mit Filmmaterialien, die konntest du nicht schaffen, wenn du dir da nicht was einfallen ließt. Und ich habe mir immer was einfallen lassen. Jetzt erzähle ich noch eine ganz andere Story. Bei der Targa Florio kam ich an, hatte mein ganzes Material, musste man ja immer verzollen. Da hatte ich ein Carnet mit für die Menge an und musste das dann verzollen. Und jetzt, als die Veranstaltung vorbei war, die man zu Heus-Dommeln aus Köln gewonnen hat, dann komme ich wieder an die Zollstunde, an der Italienische, an die Cavarabigieri. Sie zählt ihn, man darf das nicht vergessen. Mafia, hoch drei. Da zählt er meine Dosen durch und rechnet dann und gibt mir eine Summe an Lire. Die machten ungefähr 2700 Mark nach deutschem Geld aus. Die hatte ich natürlich gar nicht mehr, denn ich war auch im Rückflug. Ich hatte mein Ticket bezahlt, ich hatte den Zoll vorher bezahlt und so. Und dann haben die mir mein Material nicht rausgegeben. Und dann habe ich auf irgendeine Art und Weise über meine Bank und über unsere Reisebüro, die immer viel für uns machten, haben die das Geld vorgestreckt, damit der WDR das zurückgab und so. Das war die eine Geschichte, aber ich wollte eine ganz andere Erzählung. Als ich die Möglichkeit noch nicht hatte, mit dem WDR zu verhandeln und Geld nachzuordern oder so irgendwie, da sitze ich da und denke, was machst du jetzt? Ich habe mein Material hier und habe das Geld nicht, um den Zoll zu bezahlen. Und auf der anderen Seite, auf der Bank, kleiner Flughafen, sitzen sechs Nonnen. Und plötzlich höre ich, dass die alle Deutsch sprechen. Da habe ich gedacht, diese Riesenumhänge und so, wenn die das machen. Da bin ich darüber, habe mir eine, eine hübsche, habe ich mir genommen und gesagt, ich bin vom deutschen Fernsehen und das und das ist passiert, jetzt wollen die das und das machen. Ich muss aber das Material hier rauskriegen. Können Sie mir nicht dabei helfen? Ja, wie denn, sagt sie? Ja, ich sage, Sie haben doch so schöne, breite, weite Röcke. Alles fing an zu kichern, die Nonnen fingen an zu kichern, als ich das erzählte. Und dann sagt die, mit der ich gesprochen habe, ja, wie haben Sie das Material denn? Ja, ich sage, hier in so einem großen Beutel, hier oben ist auch so ein langes Zugband dran. Vielleicht reicht das um den Körper, um die Hüfte. Ich denke, wenn ich sage, nicht ein Wort zu viel, dann hast du das erachtet. Da geht die ganz schlendernd mit dem Beutel und mit den Dingen unter dem Arm, geht die zur Toilette und kommt wieder. Und ich denke, die hat meinen Beutel auf der Toilette gelassen, denn ich sah nichts mehr. Hatte die wirklich sich den Dingen da rumgebunden? Der Material sagt, war nun zwischen ihren Beinen, pendelte zwischen ihren Knien hin und her. Wir im Flugzeug, dann ist die im Flugzeug schon wieder auf die Toilette gegangen, kommt richtig lächelnd an, richtig schön und kippt mir den Beutel und sagt, hier, damit haben Sie sich die, ich weiß nicht, 2500 Deutsche Mark oder so, haben Sie sich erspart. Viel Erfolg wäre Ihre Arbeit. Solche Geschichten musste man sich anfallen lassen, um irgendwie wieder pünktlich zurück zu sein und so. Sie hören es kaum, erzählen Sie die Geschichte von zum Schmuggeln, missbrauchten Nonnen, da donnert es hier. Ja, da donnert es schon. Da sagt er da oben, das machst du auch nie wieder mit meinen Nonnen. Das ist das erste Mal, dass ich Gewitter war im Interview gehabt. Wie lange haben Sie die Rallye-Begleitung gemacht? Haben Sie noch Jackie X begleitet? Jackie X habe ich noch ein paar Mal begleitet, den aber auch als Pressechef von Ford, denn ich musste mich, wenn die hier in Deutschland waren, Nürburgring und so, auch, weil sie eben gerade sagten, Kranerfuß. Aber betreut habe ich die immer. Das war immer meine Aufgabe. Die Presseabteilung hat sich ja darum gekümmert, weil sie auch die Presseberichte machen musste und die bekannten Leuten auch der Presse mal als Indoor-Partner zur Verfügung stellen mussten. Naja, also ich habe viel mehr in die Rallye gelebt, weil da hatte man so einen direkten Bezug zu den Leuten, konnte mit denen reden und, und, und. Sie haben gerade eben erzählt, wie Sie da bei Just Capito im Steinbruch nachgedreht haben. Ich meine, das muss doch Wahnsinn sein, wenn Sie heute sehen, wie man mit diesen kleinen GoPros, die man überall an den Autos anbringen kann, was man da für Möglichkeiten hat, oder? Ja, da kann ich nur sagen, schade, zu der Zeit hat es das bei mir noch nicht gegeben. Nee, eben, und da denke ich so oft drüber nach, dass man heute, also so inflationär die Bilder hat, von jedem kleinen Slalom-Rennen, was Sie so lieben, gibt es Onboard-Aufnahmen bei YouTube. Und diese Aufnahmen von früher, Onboard-Aufnahmen, gibt es ja so gut wie nie eigentlich. Das ZDF und mein Kollege, über den wir eben schon gesprochen haben, der hat ja von Porsche mal einen 904, ich glaube, das war 1976 oder sowas, bekommen und hat zum ersten Mal versucht, mit einer Inboard-Kamera und den ganzen Dings Bilder zu machen aus dem Renngeschehen. Da fuhr der berühmte Rennfahrer auch, der Paul Frère, der fuhr da mit, die wechselten sich ab, hatten sogar zwei Autos. Und das war dann einer der ersten Versuche, im Feld mitzufahren, das zu machen, weil ich das ja alles immer noch gemacht habe, festgebunden auf der Haube und festgebunden im Kofferraum und was da, um dann da mitzufahren. Was mir auch meist gelungen ist, verrückte Geschichten da, aus dem Feld heraus und im Feld gemacht. Und dann hat das da schon nicht geklappt, weil das Equipment, was die mitnehmen mussten und was dann auf dem Seitensitz war und mit Hubschrauber und allem Dings, war alleine schon 60 Kilo schwer. Und die sind nach der 18. Runde, da sind die extra rausgefahren, sind nicht weitergefahren, weil sie das, was sie da wollten, nicht geschafft haben. 60 Kilo, Mensch, da haben sie aber mit dem 904 auch das kleinste Rennauto ausgesucht. Ja, aber das muss man ja auch haben, um da drin zu sein und schnell zu sein, denn der 904 war ja verdammt schnell, da kam es ja drauf an. Der war ja schnell, denn von den anderen Rennwagen, die waren ja noch blöder gebaut, da hätte man die Anlage überhaupt nicht unterkriegen können. Jetzt ist eben schon ein Wort gefallen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über den siebten Sinn. Sie haben kurz angedeutet, wie es dazu gekommen ist oder wie die Idee entstanden ist, nämlich durch den Rollerunfall eigentlich. Ja, das haben wir ja angefallen. Ja gut, dann setze ich da nochmal an. Ich hatte ja, wie ich schon gesagt habe, im Regionalprogramm eine Serie, die hieß Menschen im Verkehr. Und dann lief, irgendwann nach drei Jahren, lief dann, das war auch noch eine verrückte Geschichte, die habe ich zuerst nicht alleine machen und verkaufen dürfen. Da gab man mir einen Sportdirektor vom TÜV Rheinland mit, der Dr. Schmachtenberg ist der. Der hatte aber so eine Unurenstimme. Und jetzt war der dreimal auf dem Sender und dann hat der Chef vom Regionalprogramm gesagt, Schluss aus, der kommt raus, du machst das selber. Ab da muss ich das selber machen. Und dann habe ich davon immerhin 72 Fortsetzungen gemacht. Und dann ging ein Mensch aus unserer regionalen Senderei, hier und heute, ging rüber zur ARD, also ins Dings Fernsehen. Und da wurde dann gebastelt an etwas Ähnlichem. Und dann haben sie so eine Geschichte gemacht mit so Trickzeichnungen und sowas. Da sind dann zehn oder zwölf Folgen, deshalb gibt es zwei verschiedene Einsatzgeschichten immer. Meine nehme ich mit Filmen und die, die vorher schon da war. Und dann war das so schlecht gemacht, dass eine Zeitung geschrieben hat, die beste P-Punkt-Punkt-Punkt-Pause, die es je gab. Das konnte sich der WDR natürlich nicht bieten lassen. Und da ging der Redakteur, der Werner Kleinkaus, der ging dann rüber und sagt zu dem Programmdirektor, sagt, ich hätte ja jemanden, der könnte das alles viel besser. Denn der macht im Regionalprogramm jetzt schon in der 70. Folge, macht der dann eine Sendung, die kommt ganz toll an und so. Da hat der gesehen. Die habe ich leider noch nie gesehen, der Programmdirektor. Ich habe dann zu, dass er das Regionalprogramm gar nicht sagt. Gut, ja, dann schicken wir den mal rüber. Und dann ich da rüber. Und dann sagt er zu mir, wie lange brauchen Sie denn für sowas? Sie sollen das ja schon alle machen, Sie sind ja schon ein bisschen einwillig. Aber ich will haben ein ganz neues Konzept. Das muss anders sein, als das, was Sie da im Regionalprogramm machen. Ich will eine Titelmusik haben. Ich will einen Vor- und Abspann haben und will einen der besten Sprecher des WDRs hier haben. Die kriegen drei Namen genannt, können Sie einen dann von aussuchen. Ja, ich sage, und wann soll ich anfangen? Ja, sagt er, sofort. Sie müssen den Freitag in 14 Tagen auf den Sender sein. Ich sage, wie bitte, ja, das wollen wir mal probieren. Er sagte, dann haben Sie ja für die zweite und dritte Folge, der hat mir gesagt, wir fahren drei Pilot-Sender und drei Folgen. Dann haben Sie ja für die zweite und dritte Folge je eine Woche länger Zeit. Ich habe auch gedacht, du Schlauberger. Er sagte, und Vertrag kann ich Ihnen keinen geben? Da müssen wir zwei uns in die Augen schauen. Hier haben Sie meine Hand drauf, der Vertrag kommt später. Ja, okay, das ist sowas. Das sind die richtigen Geschichten. Und dann habe ich da nächtelang gebastelt und das gemacht. Habe die Musik aus einer Geschichte herausgeschnitten, denn heute kriegen Sie das alles so als Clips. Da sagen Sie nur, wie viele Sekunden? Sechs, sieben, acht, neun, kriegen Sie genau Mönkesmaß. Und ich hatte bei keinem dieser Musiken, die ich kannte und Musikplatten, keine solche kürzen Geschichten. Ich denke, was machst du jetzt? Und da kam mir wieder mal der Zufall. In Köln gab es ein berühmtes Eislokal. Und in diesem Eislokal trafen wir die ganze Moschpurke vom Fernsehen, Hörfunk und nun trafen wir uns alle wieder. Und das war das berühmte Eiskaffee Kampi, mit C geschrieben. Und dieser Kampi, der wollte den Betrieb seiner Mutter nicht übernehmen und wollte in die Musikszene einsteigen, machte einen Musikverlag auf und holte sich aus aller Welt Big Bands, sogar aus Amerika und, und, und. Und nahmen die alle hier in Deutschland auf und machte große Konzerte mit denen und so. Ich bin auch bei zwei Konzerten selber gewesen. Und dann, weil ich den gut kannte, sagt er, du kennst dich da oben ja aus, hier hast einen Schlüssel, bring mir nur nichts durcheinander, roll das alles wieder schön zurück und die Dings, die man dann kriegt, kannst du ja mal gucken. Da habe ich da vier Stunden lang nachts gesessen und Musiken angehört. Nirgendwo fand ich was. Und auf einmal sehe ich da so eine Klebelade, wo man so Tonbänder, auch Film hatte auch eine Klebelade, wo man die zusammenklebte, geschnitten, klebend so. Und als ich die Klebelade sah, da kommt mir plötzlich die Idee. Da denke ich, du nimmst jetzt aus irgendeinem Stück irgendwas von vorne, von der Mitte oder von hinten und schneidest dir das heraus. Das muss nur eben einen guten Anfang, ein gutes Ende haben. Und dann hast du deine vorne, wegen der Titel vorne, neun Sekunden, hinten zwölf Sekunden. So. Dann habe ich eine solche Big-Band-Museum genommen und dann habe ich den Anfang und da, 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 da. Und dann kommt am Ende, nach fünf Minuten, kommt dieser Trommelwirbel. Drrrr. Ja. Ich denke, jetzt hasse. Dann habe ich den Trommelwirbel abgeschnitten, habe den da dran gesetzt und dann hatte ich ein neues Werk. Und mit diesem neuen Werk habe ich ja den Wahnsinnserfolg auch gehabt. Sodass der Kampi mir später zum 30. hier im Jubiläum, dass er das Originalband, das Senkelband, auf der Bühne geschenkt hat, weil er gesagt hat, hier, wie der macht's da. So. Und es ist nie verändert worden, die Musik, ne? Nie verändert. Und der Kampi hatte ja die Rechte da dran. Der hatte ja ein Vermögen da dran verdient. Ich überhaupt nicht, ne? Aber dann kam noch eine lustige Geschichte dazu. Plötzlich kriege ich einen Brief von der GEMA. Dieser Mut. Ich denke, was wollen die denn schon wieder? Ja. Das denkt jeder, der von den Briefen hat. Jeder hat Theater mit. Ja. Wir dürfen uns, wir würden uns freuen, Sie als neues Mitglied bei der GEMA begrüßen zu dürfen. Ich sage, wieso ich Mitglied? Ich mache da auch gar keine Musik und meine Musikmeldungen gebe ich ja immer ganz sauber an. Nein, nein, sagen Sie. Sie sind Musikproduzent. Ich sage, wie bitte? Ja, Sie haben mit der Melodie des Sippensins durch den Zusammenschnitt ein neues Werk geschaffen. Ich sage, wie bitte? Ja, jetzt sind Sie Musikproduzent, weil Sie ein neues Musikwerk geschaffen haben. Okay. Und von den Tagern haben Sie mitkassiert? Ja, nee, leider nicht. Auch nicht. Das war ja alles ganz anders. Ich habe das dann auch abgelehnt. Ich sage, Kinders, komm, kann ich alles da auch noch was machen? Gut, wie der muss sein. Aber das sind alle so wunderbare Geschichten. Aber der Sprecher war Egon Höhen, oder? Ja, und mit dem Egon Höhen gab es auch eine tolle Geschichte. Die bekannte Stimme. Egon Höhen war Chefsprecher zu dem Zeitpunkt schon. Das WDR Hörfunks durfte aber jeden Sonntagmorgen Höfers Frühschoppen ansagen. Kein Mensch wusste, dass das der gleiche Sprecher war, weil das, was jetzt kommt, führte dazu. Da bin ich dann zu dem Egon Höhen hin gegangen, habe ich gesagt, ihr Name ist mir genannt worden, ich bin der und der, ich soll eine neue Senderei machen. Die ist ganz kurz. Und dementsprechend kurz müssen Sie auch sprechen. Ich kann diese lange Dingessprache gar nicht gebrauchen. Ich schreibe Ihnen den Text so, dass Sie das auch punktgenau so lesen, sprechen können und so weiter. Da kriegt er so einen roten Kopf, guckt mich von oben bis unten an und sagt, junger Kollege, der war vier Jahre älter als ich, junger Kollege, ich bin Chefsprecher des WDRs und sage jeden Sonntagmorgen Höfers Frühschoppen an. Und jetzt kommen Sie und wollen mir eine neue Art des Sprechens, wollen Sie mir aufdrücken. Finden Sie das nicht ein bisschen überheblich? Nee, habe ich gesagt, man hat mir drei Stimmen gegeben, drei Leute des Hauses. Wenn Sie das jetzt nicht wollen, gehe ich zu Herrn Kleinen oder so. Ja, frag den mal. Hat er immer noch den roten Kopf, zog ganz hektisch an seiner Zigarette. Er sagte, haben Sie denn sowas mal da? Ja, ich habe eine Beispielfolge da, nicht, aber auch den Text da. Und den müssen Sie dann so. Ja, dann lassen wir mal, wir können es ja mal probieren. Sehen wir ins Studio gegangen. Und dann habe ich den richtig eingepeitcht. Kürzer, härter, sachlicher. Woff, woff, woff. Und am Ende fand er sich plötzlich auf einmal ganz gut. Und das Tolle war, andere Leute, also unsere Zuschauer, fanden ihn ja auch toll. Er hat durch diese Geschichte, hat der Mengen Aufträge gekriegt und ist bekannt geworden. Aber nicht durch Höfers Ruhlschoppen. Da kann sie denn kommen. Und immer wenn ich dann sagte, das ist derselbe Sprecher, dann haben alle immer gesagt, nee, das kann doch nicht sein. Der spricht doch da ganz anders. Und es lief immer vor der Sportschau am Samstag. Nein, nein, nein. Das lief zuerst immer direkt, das lief ja freitagsabends, das war ja die verrückteste Sendezeit, lief das ja immer vor dem Krimi. Und jeder, der den Krimi gucken wollte, sah sich auch automatisch den Ding an. Und selbst als das verlegt wurde, hat man das gemacht. Aber das war die allerbeste Sendezeit. Dann ist die gewandert vom Freitag auf den Donnerstag, dann mal irgendwie auf den Samstag gelandet und landete letztlich vor der Sportschau. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und da hat man die nur hingelegt, weil die Sportschau hatte ja damals keiner recht an den Fußballspielen. Und die Sportschau hatte dann auch entsprechend weniger Zuschauerzahlen. Da waren wir, kleine Senderei, der siebte Sinn, die Lokomotive für die Sportschau. Das hat die bei der Sportschau natürlich wahnsinnig geärgert. Und die waren dann froh und haben, glaube ich, applaudiert, als das Ding dann ganz vom Sender ging oder so. Oder als sie dann ihre Sendezeit wieder bekamen. Das sind die kleinen Machtspielchen in so einem Sender, oder? Das sind so wunderbare Geschichten, die dann alle immer so die Zwischensachen, die da laufen. Aber sie haben natürlich beeindruckende Quoten gehabt. Und auch das ist ja was, was man heute völlig aus den Augen verliert. Es gab ja nur drei Sender. ARD, ZDF und die dritten Programme. Richtig. Aber nicht vergessen, die dritten Programme hatten da auch schon richtig schön Zuschauerzahlen. Und von denen gab es damals ja schon noch nicht alle Sender, aber sieben oder acht Regionen. Ja, Programme gab es schon. Und im WDR wurde ja sogar mal ein drittes Programm, nämlich Presma des Westens, siehst du das, ausprobiert. Nach einer ganz kurzen Zeit hat man das aber wieder eingestellt, weil dann doch alle mehr hier und heute die Regionalsendung gesehen haben. Und wie viele Zuschauer hatten Sie so in der Spitze? Damals, zu Anfang seiner Titel, es war ja 18 bis 20 Millionen. 18 bis 20 Millionen Leute. Selbst Thomas Gottschalk bekommt feuchte Augen, wenn er an seine besten Seiten zurückdenkt. Thomas Gottschalk hat die siebte Sinnmelodie mal in einer seiner Serien auch genommen. Und auch hier unser Talker. Der hat auch die siebte Sinnmelodie mal genommen und hat sich sogar mal den Höhen geholt. Also wer alle davon profitiert hat... Der Harald Schmidt war das, oder? Ja, Harald Schmidt. Ja, Harald Schmidt hat sie sich auch mal geholt. Aber wer da alle davon profitiert hat, denn die gesamten dritten Programme durften ja im Programmaustausch der ARD kostenlos alle von den anderen Sender profitieren. Und dann haben ganze Sender, ganze Sendereien mit dem siebten Sinn gefüllt, weil sie sich damit Budget ersparten. Ja, denn 10 mal 3 Minuten sind auch 30 Minuten, die man normalerweise bezahlen müsste. Und dann ging aber los, dass das Ding ja in aller Welt verkauft wurde. Ich habe dann viele dieser Brocken aufbereiten müssen, weil ich den Mann, den Dr. Schäfer, der das bei der Deutschen Welle organisierte, gut kannte und der immer direkt zu mir kam. Der kam hier aus Bergs-Gladbeheim übrigens. So, und da rief der mich eines Tages an und sagt, wie viele Winterfolgen haben Sie denn? Ja, ich sage, wie viele Winterfolgen habe ich? Jeden Winter sechs bis acht Folgen, das dürften so 100, 120 Folgen im Laufe der ganzen Jahre gewesen sein. Ja, er sagte, kriegen Sie 100 Folgen zusammen? Ja, ich sage, warum wollen Sie denn 100 Folgen Wintergeschichten haben? Ja, er sagte, ich habe gerade einen Auftrag über 100 Folgen im siebter Sinn vom russischen Fernsehen bekommen. Das muss nur, das hat die Deutsche Welle dann alles übersetzt und so. Das wurde ja 17 oder 18 Sprachen übersetzt. Und da mussten sie dann extra von der Deutschen Welle, da gab es ja alle die Fremdsprecher, da mussten sie extra einen Russen holen, der dann 100 Folgen im siebter Sinn, nur Wintergeschichten nach Dinges aussehen. Und dann gab es ja auch damit schöne Geschichten. Da gibt es ja das berühmte Goethe-Institut und da hast du ja die Aufgabe, Deutschland im Ausland bekannt zu machen und wie gut wir alle sind hier in Deutschland und so. Und eines Tages erzählt mir jemand, er hätte am Strand in Kenia gelegen und hätte plötzlich die siebte Sinnmelodie gehört. Und da hätte er seiner Frau gesagt, hörst du das? Hörst du das? Das ist die siebte Sinnmelodie. Da hätte sich seine Frau gesagt, sag mal, hast du jetzt einen Sonnenstich? Und dann ist er der Spur nachgegangen, musste durch so eine Hecke und so. Und was war, stand da ein Übertragungswagen vom Goethe-Institut und auf so Baumstämmen saßen nur Kenianer, nur Kenianer und sahen sich dann siebte Sinne an und hatten einen Heidenspaß. Und die Leute vom Goethe-Institut wussten das natürlich schon, wenn dann mitten im heißen Kenia Winterfolgen gesendet wurden und die Autohalze über Schneeschissen. Dann saßen die da auf den Stühlen und haben sich kaputt gelacht. Die größten Erfolge in Afrika waren nicht die normalen siebten Sinne, sondern die Schneefolgen. Und die blonden Menschen, die zu sehen waren. Ja, pass auf. Und dann hat das jemand von der Bild-Zeitung geschrieben, der war das auch, der das entdeckt hat. Und dann habe ich so gesagt, ist ja lustig. Ich habe sehr häufig auch selber in Kenia, aber an einer ganz anderen Stelle Urlaub gemacht. Und eines Stars ging mir das genauso. Dann denke ich, war mein Sonnenstich oder was? Und dann fiel mir aber an, dass die Story bei denen genauso begann mit dem Sonnenstich. Ich auch der Dingesnachgel. Und tatsächlich, hinter drei Hecken fand ich dann wieder die weißen VW-Busse, die hinten aufgeklappt werden konnten, mit einem Projektor drauf, Leinwand auf. Und meine siebten Sinne liefen in Kenia am Strand. Wie viele Folgen gab es denn insgesamt? 1.754 Folgen. Im Original. Das ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt im deutschen Fernsehen. Ja. Und vor allen Dingen eine, die ja 39, also bald 40 Jahre, 39 Jahre gelaufen ist, ohne dass die Mannschaft verändert wurde. Und immer die gleichen Leute waren. Also der Sprecher war immer der gleiche und, und, und. Und das war das Besondere daran. Dann jede andere aktuelle Sendung hatte ja nach, weiß ich, zwei, drei Jahren, wurde dann wieder ein Remake gemacht, wurden andere Geschichten, andere Moderatoren, Moderatorinnen, alle möglichen wurden ausprobiert. Habe ich ja selber als Produzent dann ein paar Mal mitgemacht, weil ich dann für das ZDF Sachen machen musste, die eigentlich immer als neue Senderei gedacht waren. Da habe ich dann auch verrückt die Geschichten. Wie viele Autos haben Sie in der Zeit zertrümmert? Also in der Zeit haben wir über 700 Autos, Motorräder, Fahrräder, Lastwaren um die Busse und einmal sogar eine Lokomotive. Die haben wir so verdonnert, die waren nicht mehr einsetzbar nachher. Ja, das war ja nicht. Das war unglaublich. Das klingt zumindest nicht ganz billig. Und wenn man das jetzt sieht, dann staubt man immer tatsächlich, was Sie da alles veranstaltet haben. Gab es da viel, nicht nur Kleinholz, sondern auch Unfälle mit Menschen, also dass sich Leute verletzt haben, oder ist das alles gut gehört? Das war ja das Erstaunliche. Wir haben in den ganzen Folgen nur einen einzigen Unfall durch die, ich sage mal, Unvorsichtigkeit eines Zuschauers gehabt, der in die Strecke, wo die Standmühlen mit ihren Autos angedonnert kamen, da reingerast ist und bei der Gelegenheit einem Kameramann das Stativbein weggerissen hat, sodass der mit dem blöden Zuschauer umgekippt ist, die Kamera natürlich auch weg. Und bei der Gelegenheit hat sich der Kameramann das Bein gebrochen. War nach sechs Wochen alles wieder in Ordnung, der hat bei mir sogar wieder weiter gedreht mit. Aber das war der einzige Unfall. Und bei all diesen Geschichten kommt mir manchmal, das kommt mir, also nicht die Menge und die Dings, aber dass bei dieser ganzen Menge, und wir haben wirklich manchmal haarsträubende Geschichten gemacht, dass da nicht mehr passiert ist, das wundert mich heute noch. Das ist wirklich beeindruckend, vor allem wenn es die Ungeschicklichkeit eines Zuschauers war. Ja, aber damals hat der Zuschauer auch Glück gehabt. Da haben wir in Tirol Eisgeschichten und Sachen gemacht und da kommt so ein Fahrer von uns, so eine verheißte Straße hinunter, so eine Gasse kommt der hinuntergefahren und kriegt das Auto auch bald nicht mehr zum Halten. Und wenn das dann war, haben die das Auto einfach in den Schnee gesetzt. Aus, war das Auto kaputt, aber war nicht. Und da durchbricht ein Zuschauer, wieder so ein Idiot, die Absperrung, rast dem Auto entgegen, wirft sich auf die Fahrbahn mittendrauf und will das Auto von vorne fotografieren, wie der da angeraust kommt. Was ist so ein Selbstmörder? Alles Selbstmörder. Und da hat der damalige Fahrer, war noch nicht mal ein Stand-Wend, der hat das ernstlich richtig gemacht. Der hat das Auto in den Schnee, in den richtigen Schneewehen getan und ist weit genug vor dem Vorrückten zum Stehen gekommen. Aber der war ganz schön weit in die Dinge, in unser Sperrgebiet gelaufen. Das hat es ein paar Mal gegeben. Da musste man richtig aufpassen. Wie lange haben Sie in einer Folge gedreht? Oder wie viele Drehtage waren das? Ja, das ist auch so eine Geschichte. Im Durchschnitt, man kann ja immer den Durchschnitt geben. Es gab schwere und leichte Folgen, gar keine Frage. Es gab manchmal Sachen, da haben wir für eine Szene von, sage ich mal, 10, 15 Minuten, haben wir vier, fünf Stunden gebraucht und drei, vier, fünf Fahrzeuge und so. Das war aber nicht immer der Fall, weil das meiste so immer geklappt hat, was wir gemacht haben. Wir haben uns da vorher immer genau überlegt, was machen wir denn? Und da wurde das genau ausgezählt, ausgestoppt, probiert und, und, und. Also der Durchschnitt aller Folgen waren zwei Tage. In einer Folge zwei Tage gedreht. Im Durchschnitt. Ja, dann kam ein Tag Schnitt dazu und, und, und. Und jede Woche muss eine neue Folge geliefert werden. Ja, jede Woche. 52 Folgen jedes Jahr. Ich kann Ihnen sagen. Aber das Verrückte war auch das, auch wieder so eine verrückte Geschichte. Da haben mir meine Kollegen gesagt, Ali, das ist ja eine tolle, schöne Sendung. Aber nach 50 Folgen fällt dir doch nichts mehr ein. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr wüsstet, dass ich schon über die 50 Folgen hinaus 50 weitere Folgen auf einer Liste stehen habe, die ich nur abarbeiten muss. Und aus den weiteren 50 gleich 100 Folgen sind dann 1700 Folgen geworden. Ja, also solche Sachen würden mir auch fast gar nicht einfallen. Was war das aufwendigste? Der aufwendigste Dreh für Sie? Also der aufwendigste Dreh, wenn das vom Geld und so weiter her ging, war sicherlich der mit dem Zug und der Lokomotive und dem Erfaschen eines Autos auf dem Übergang, auf dem Fahrzeug im Übergang, wo das Auto dann wirklich so weit geschoben worden ist und der Ding ist so kaputt gegangen ist vorne, die Lokomotive. Also das war schon einer der aufwendigsten. Aber sonst kann man das eigentlich nicht sagen, weil es hat so viele Sachen gegeben. Aufwendig war auch von der Zeit her, weil wir das genau auskalkulieren mussten. Da habe ich mal so eine Folge gemacht, Rettung unter Wasser. Wenn das Auto ins Wasser fällt, dass man keine Panik kriegen soll, sondern immer Luft holen soll an der Decke und so weiter. Denn nur nach einem gesplinten Zeitraum kann man die Türen, an denen die anderen dann immer so rappeln und machen, kann man die überhaupt öffnen. Und mit dem Kurbel öffnen, das ist gefährlich, weil dann das Wasser rein stürzt und du gar nicht rauskommst. Dann kommst du erst raus, wenn im Auto wieder so viel Wasser ist, dass er dagegen anschwimmt oder dich ausschützen kann. Das war dann auch so eine Geschichte. Da mit den Unterwasserkameras im Auto, hier im Niederhafenbecken, da ist mir bald der Kameramann abgesoffen, obwohl da dann hervorragender Unterwasserkammermann und guter Schwimmer waren. Und da haben wir dann bestimmte Sachen gemacht, da fielen mir dann plötzlich auf, da ist auf Journalist, da hatte ich stehen, dass in Holland jedes Jahr ungefähr 100 Autos, 100 bis 120 Autos über diese Stolpersteine an der Grenze zu den Garten, da waren immer so Steine, damit er da nicht reinfuß. Da fuhren die aber besoffen oder sonst wie, egal wie, da fuhren die aber wieder und fanden sich dann mitsamt dem Auto unten im Wasser wieder. Und dann haben die Holländer gedacht, und da gab es viele Tote bei, und dann haben die Holländer gedacht, das müssen wir ändern. Und dann haben die vom holländischen Staat aus sogar, haben die mit bestimmten Rettungskräften so eine Kabine gebaut und so eine Rompe und haben richtige Schulungskurse des Ausstärkens unter Wasser im Schwimmbecken gemacht, in einem holländischen Schwimmbecken. Sind wir da hingefahren, haben das gemacht, war natürlich für uns toll, weil das klappte natürlich wunderbar. Wir schwammen mit der Unterwasserkammer im Becken rum, hatten klares Wasser in dem Ding, so nicht Grafen und Hafen in Niel und so. Das war dann natürlich wunderschön. Ja, das sind alles zur Folge, da musst du dir genau überlegen, wie kriegst du das Material zusammen, wenn du was dazu sagen willst. Gab es da mal von den Autoherstellern Beschwerden, dass sie, jetzt macht ihr schon wieder ein VW kaputt? Ja, der berühmte Generaldirektor Nordhoff, der allererste. Ja, VW. Hat ja jeder gekannt. Ich war so mit ungefähr 50, 60 oder 70 Folgen auf dem Sender, ein Jahr oder anderthalb lief das, und hatte tatsächlich mehrfach zum Überschlagen, und dann wird das dramatisch, das hatte ich VWs genommen. Denn wenn ihr die dann zum Stoppen gebracht habt durch irgendwas, dann überschlugen sie sich tatsächlich wie ein Ei. So war das ja auch gedacht. Das konnte Herr Nordhoff natürlich nicht wissen. Dann sagte Herr Nordhoff, rief den Programmdirektor an, ich musste wieder zum Programmdirektor. Kommte schon da rein. Da lachte er mich schon an, der Programmdirektor. Ich hatte wirklich ein tolles Instanding. Das war ja auch logisch bei so viel Erfolg. Da lachte er mich schon an, der sagte, also, ich verbiete Ihnen hiermit ab sofort zu den Stuntgeschichten und so, dürfen Sie keinen VW mehr nehmen. Ich sagte ihm, bitte, warum das denn nicht? Ja, sagte er, gucken Sie mal hier. Ich habe hier eine echte Beschwerde von Herrn Professor Nordhoff vorliegen, der gesagt hat, im siebten Sinn würden zu viele VWs verschrottet. Man sollte doch endlich mal andere Autos nehmen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, machen wir. Wir nehmen ab sofort andere quer durch die. Die hatten wir sonst auch gemacht. Nur, der hat sich immer natürlich nur darauf konzentriert. Dann kommt wieder ein VW, das tut man ja selber auch. Wenn man auf der Straße ist und will ein bestimmtes Auto sind, guckst du immer nur da, wo das ist. Daher ist er das auch. Ja, ja, bei VW. Und die Autos haben Sie woher bekommen? Vom Schrott einfach? Die haben wir vom Schrott, nicht vom Schrott, bei den alten und gebraucht waren Händler gesucht. Also äußerlich konnten die aussehen wie Sau. Die haben einfach überspritzt, das sah man dann im Bild nicht. Aber die mussten fünf Dinge in Ordnung haben. Bremsen, Reifen, den Gurt, den wir dann aber meist mit einer Kette durchs Dings verstärkt haben. Dann Licht, also fünf Sachen waren das jedenfalls. Danach wurde dann gesucht. Und da wurde mit den Händlern verhandelt. Die wollten natürlich am meisten Geld rausschlagen, konnten aber das Auto auch sonst gar nicht loswerden. Und ich hatte dann so eine Marge, so eine Grenze. Da habe ich gesagt, mehr gibt es nicht. Dann habe ich immer schon auf die Hände dazugekommen und gesagt, wie viele Autos A300 D-Mark habt ihr? Ja, den 300 D-Mark war meine Obergrenze. Dafür sollte ich ein Schraudort. Ein richtiges Schraudort, das hätte ich ja schon für 50 gekriegt. Aber darum ging es nicht. Ich musste ja das alles nur in Ordnung haben. Ja, da haben wir schon ganz schön gesucht. Also hier die Händler in Bercht Gladbach, die haben sich da so drauf eingestellt. Die wussten das schon genau. Und da haben schon das Geschäft gewittert. Und jetzt müssen wir noch mal über den pädagogischen Effekt reden. Denn das war ja auch irre. Sie hatten ja damals, als sie anfingen, glaube ich, gab es 18.000 Verkehrstote im Jahr. Das ist eine Zahl, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, obwohl damals ja kaum Autos gefahren sind. 18.500. Bei einem Drittel weniger Verkehrsaufkommen von heute. Kann man mal sehen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Aber ein Großteil am Anfang. Wir haben jetzt nur noch, ich glaube, 2.700, was immer noch zu viel ist. Aber was heißt das? Irgendwo passieren immer Unfälle. Aber 18.500 Tote. Wahnsinn. Und so hat der ganze siebte Signal überhaupt seinen Sendeplatz bekommen. Das muss ich noch eben erzählen. Da gab es einen Dr. Wind bei der Deutschen Verkehrswacht. Und der kam eines Tages zum Programmdirektor und sagte, er wolle für die Verkehrstoten, für die Dinge und für die Verkehrsgeschichten drei Minuten Sendezeit jede Woche haben. Und dann hat der damalige Programmdirektor gesagt, ach wissen Sie, Herr Dr. Wind, wenn ich das mache, dann kommt morgen das Rote Kreuz, dann kommen die, dann kommen alle Verbände und wollen alle, von der Feuerwehr bis sonst was, kommen die denn alle. Und dann hat der Dr. Und dann hat der Dr. Wind was ganz Tolles gemacht. Dann hat er seine Aktentasche aufgehoben, hat die auf den Tisch geknallt, richtig knallt, und hat gesagt, aber keiner kann Ihnen so viel bieten wie ich. Hier in dieser Aktentasche sind 18.500 Tote. Kann einer mehr bieten? Schweigen ringsum, logischerweise, aber das war genau der Gag. Und dann hat der die drei Minuten gekriegt. Gut, und das ist tatsächlich gleich runtergegangen, die Todeszahlen, also die Verkehrstoten. Sofort, ja, absolut. Wir haben das natürlich nicht auf uns alleine, sondern ich habe natürlich nur das Glück gehabt, dass ich vieles, mit dem man Unfälle vermindern und verdingen konnte, ob Licht, ob Grucht und was sie wollten, gute Reifen. Das konnte ich natürlich alles unterbringen. Aqua Planning, kein Mensch vor mir hat Aqua Planning gezeigt im Film. Da habe ich, weiß nicht, zehn internationale Auszeichnungen für gekriegt, weil keiner hat sich da dran gewagt, wie mache ich das denn jetzt? Und dann habe ich mich da dran gesetzt und habe das Projekt sogar zweimal gemacht und bin dann wieder mal auf eine gute Idee gekommen, wie sage ich es meinen Zuschauern. Und dann bin ich an irgendeinen See gefahren, habe ein hübsches Mädchen im Bikini, aber ein bisschen vollpropper. Und dann habe ich die aus dem Wasser auf einem Monoski rausziehen lassen. Und dann habe ich gesagt, und sehen Sie, meine Damen oder Zuschauer, dieses Mädchen hat, weiß ich nicht, 50 Kilo, 60 Kilo. Und bei 18 Stundenkilometern ist ein Schlauchboot mit einem kleinen Motor schon in der Lage, das Mädchen auf diesen Ski zu heben. Und dann macht das Mädchen, kann auf dem Wasser schwimmen. Ich sage, und genau so schwimmen die Reifen auf dem Wasser. Wenn nämlich das Profil voll Wasser gelaufen ist und der Reifen sich immer noch dreht und der Reifen keine Möglichkeit mehr hat, sich am Asphalt oder Beton abzustoßen, also er hat keine Beerdung mehr. Und wenn Sie dann auf die Bremse treten, dann haben Sie einen Wasserski-Effekt. Sie fahren nämlich wie auf Wasserski mit einem stillstehenden Reifen, dessen Profil voll Wasser ist, rutschen Sie und leiten Sie auf dem Wasser. Und mit solchen Geschichten wie mit den Mädchen und so konnte ich dann natürlich alles immer wieder wunderbar zeigen. Dann kommt in dem Zusammenhang der Verband der deutschen Fuhrunternehmer. Das wäre ja alles ganz gut und schön, aber bei ihren schweren LKWs würde das ja nicht passieren. Nämlich das Gewicht von, weiß ich nicht, 16 bis 30 Tonnen würde das Wasser ja einfach wegdrücken. Und dann wäre der Reifen wieder auf der Fahrbahn. Nee, habe ich gesagt, das Wasser lässt sich nicht wegdrücken und der Effekt ist der gleiche. Und dann fiel mir ein, dass ich bei einem Urlaub auf Elba ein Motor, so nannten die Dinger damals, ein Schnellboot, ein Motor Scafi gesehen hatte. Und dieses Motor Scafi hob sich aus dem Wasser und fuhr auf den Kufen übers Wasser. Und deshalb war der so schnell, 70 Stundenkilometer am Wasser, war ja unendlich. Was habe ich gemacht? Bin ich da hingefahren nach Elba, habe das schön gemessen, waren 27 oder 28 Zentimeter, habe das an einem LKW-Reifenkern und dann habe ich denen gezeigt, wie der LKW-Reifen genau so auf dem Wasser schön zu machen. Von denen haben wir nichts mehr gehört, die waren so platt. Aber dieses Wissen um die fahrphysikalischen Geschichten, die haben dafür mitgesorgt, dass der siebte Sinn so eine Zuschauer effektiv hatte. Denn ich habe ja so vieles mit Beispielen gezeigt, auch mit sogenannten Teletricks, wo man mit Papier und so Sachen ziehen konnte und machen und so. Aber alles Mögliche gemacht. 2006 lief die letzte Sendung, oder? 2005. 2005. 2006 wäre ja mein 40-jähriges Jubiläum gewesen. Das haben sie mir nicht mehr gegönnt. Was war die Begründung? Also war der Verkehr zu sicher? Also die Begründung war, die Verkehrsunfälle gehen ja jetzt von selber zurück, da brauchen wir die Sendung ja nicht mehr. Die wirklichen Gründe waren natürlich ganz andere. Die jungen Redakteure wollten den alten Beutzen, mich nämlich, ich sage das wirklich so, wollten ihn natürlich endlich mal weghalten. Denn im 39. Jahrhundert 2005 war ich ja immerhin schon über 70 Jahre alt und arbeitete immer noch und hatte auch immer noch den Erfolg. Denn obwohl der siebte Sinn ja dann gewandert ist, hatten wir im Verhältnis zu anderen Ländereien, haben wir eben gesprochen zum Harald Schmidt und so, hatten wir ja noch enorm mehr Zuschauerzahlen, als die alle hatten. Die waren ja immer alle neidisch auf die Zuschauerzahlen, auch zum Schluss noch. Millionen hatten wir zum Schluss noch. Und der Harald Schmidt kam gerade auf 1,2 Millionen und ich hatte noch sechs oder sieben. Wie würde heute der siebte Sinn für Sie aussehen? Natürlich den Sehgewohnheiten entsprechend anders. Ganz andere Kameraeinstellungen, weil mit den kleinen Kameras kannst du ja heute ganz anders arbeiten. Wenn ich damals mal zeigen wollte, wie ein Stoßdämpfer arbeitete, da musste ich über das Rad, durch den Radkasten ein Loch schneiden, was wir auch gemacht haben. Auf der Achse eine Kamera befestigen, wenn überhaupt geht. Oder von außen ein Stativ, damit er da durchkommt, damit ich dann den Stoßdämpfer überhaupt sah. Ja, das war ja alles unglaublich viel schlechter zu machen als heute. Heute würdest du auf die Achse oder neben dem Ding ist oder direkt an den Stoßdämpfer zu einer Kamera und dann siehst du, wie das Ding in Arbeit. Also da würde man natürlich was ganz anderes machen. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich an dieser Mache nur so festgehalten hätte. Ich habe ja kurz bevor der siebte Sinn zu Ende ging, habe ich ja noch sieben, acht oder neun Pilotfilme mit modernen Methoden. Aber auch nur mit den modernen Methoden von 204 oder 205, nicht von jetzt. Das war auch schon lange her. Und vor allem gab es noch kein YouTube. Da könnte man es natürlich heute gut verbreiten. Und thematisch, also jetzt heute bei aktuellen Autos, würden Sie da thematisch noch was sehen? Wahrscheinlich, dass man nicht aufs Handy gucken soll während der Fahrt. Das ist, glaube ich, immer ein großes Problem. Ja, das wäre mal ein großes Thema, damit man das weiter macht. Das muss man dann aber aufklassen. Man muss nämlich dann zeigen, das habe ich ja auch gemacht. Und zwar habe ich das ja gemacht, nicht mit dem Handy, sondern mit dem Telefon. Da kam ja schon das Telefon und auch mit dem Radio, mit dem Plattenanleger. Dann habe ich immer abgestoppt, wie viele Sekunden guckt der Fahrer darin, um die Platte einzuschieben und so. Und wenn das dann drei, vier, fünf Sekunden waren, dann habe ich das umgesetzt in Kilometern bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und dann habe ich gesagt, hier, bei 100 fährst du bei zwei Sekunden Ablenkung schon 50 Meter im Blindflug. Und das dann immer erweitert und mit den Platten gezeigt, weil das dann schon vier Sekunden waren. Und so könnte man das heute auch mit anderen Kameras, aber so auch weiter erläutern, erklären. Denn ich meine, so wie die Leute heute erkannt haben, dass die Maske wirklich wichtig ist und sie auch, die meisten auch, über 50 Prozent anziehen. So hätten sie bei dem Gucken bei solchen Sachen auch so und so viele Leute, die sich daran halten würden. Da haben ja Leute, wir hatten ja Post, wo dann drin stand, sie haben mir das Leben gerettet und was da toll war. Ah, da muss ich eine schöne Geschichte noch erzählen. Da haben wir diese Geschichte unter Wasser. Die haben wir gezeigt, Freitagsabends war das ja. Und am Samstag, ja, oder Sonntag, stand dann in der Bild am Sonntag, der siebte Sinn rettete junges Liebesbärchen das Leben. Was war passiert? Das Liebesbärchen war am Neckar bei Heidelberg auf einer Abschüsschenwiese. Der Junge hatte nur einen Gang angelegt, die Handbranche vielleicht nicht gezogen. Und dann bei dem Gedöne und Theater da, ist der mit dem Knie wohl an den Hebel gekommen und so. Jedenfalls das Auto fing an zu laufen und die stürzten mit dem Auto in den Neckar. Und dann kamen die Feuerwehr und so und die zwei standen schon wieder draußen am Ufer und so. Und dann sagten die Feuerwehrleute, ja, wie haben sie das denn gemacht? Ja, wir haben zufälligerweise gestern Abend den siebten Sinn gesehen, wie man aus so einem Auto im Wasser wieder rauskommt. Und das hat dann die Bild-Zeitung geschrieben. Siebter Sinn, rettete junges Liebesbärchen das Leben. So Dinger gab es da. Können Sie sich ja gar nicht vorstellen, was da alles geschrieben worden ist. Das denke ich. Ja, verrückte Zeit. Verrückte Zeit und beeindruckende Geschichten, was sie gemacht haben. Und vor allem finde ich diese Zahlen so beeindruckend. Die Zuschauerzahlen, die Anzahl der Folgen, die sie geschafft haben. Und eigentlich ist es... Ja, das ist ja aber nicht das Einzige. Was ja dann völlig untergegangen ist, war ja das ARD und ZDF. Da kratzten sich ja kein Auge aus. Da konnten sie sogar das Material rüberschieben oder so. Das war ein Pott in den Arsch, hätte ich beinahe gesagt. Insofern hatte die ARD ja nichts dagegen, dass ich beim ZDF ja ähnliche solcher Geschichten gemacht habe. Ich habe da eine Serie gemacht, 24 oder so, 30 Minuten. Ich hatte da immer so längere Sendezeiten. Und das Ding hieß Verkehrsarena und richtete, war nur an Jugendliche gerichtet. Mofa, Ding, was dann so alles kam. War auch eine Erfolgssendung, haben auch einen Preis gekriegt oder mehrere. Also das lief dann sozusagen noch nebenbei. Jemand hat mal geschrieben, wann hat der Nöhl das eigentlich alles gemacht? Das frage ich mich übrigens auch. Und wie viel Preis haben Sie dafür bekommen? Also insgesamt hat die Firma, meine Mitarbeiter und ich, ich habe ja die Leute auch so eingesetzt, dass sie manchmal auch Sachen machen konnten, die nun preisgerecht waren. Das hatte man schon mal so im Gefühl. Also haben wir über 60 Preise bekommen. Ich glaube 65 waren. Der letzte, für mein Lebenswerk noch, den goldenen Gurt von diesem MPC. Wahnsinn. Aber das sind nicht alles, muss ich jetzt wirklich sagen, das sind nicht alles Preise für den siebten Sinn gewesen. Sondern ich habe ja nebenbei, ich sagte ja gerade ZDF, viele Sachen gemacht, dass ich zum Beispiel Artistenfilme, Zirkusfilme gemacht habe, die auch hoch dotiert waren, die aber alle im ZDF gelaufen sind. Dass ich sogar Grecia Patricia in Monaco, bald war ja Monte Carlo mein zweiter Heimat, die Hand gegeben habe, weil ich für einen Artistenfilm über einen achtjährigen jungen Artisten, der einen Sprung am Hochsaal machte, den man den Todessprung machte, denn der hatte den Kopf in einem Sack stecken und musste dann aufgefangen werden. Und gleichzeitig, und für den Film, wo diese Geschichte auch drin war, aber der auch viel, viel anders zeigte, wie lebt so ein Junge, dauernd muss auf und abgebaut werden. Und da habe ich einfach einen Trick gemacht, habe meine ganzen Leute in zwei Wohnwagen gepackt und die Wohnwagen wurden dann beim Abbruch des Zirkusses immer mit auf den Güterwagen geladen. Und insofern waren meine Jungs immer dabei, auf, ab, laden, die waren immer da. Die machten nur die Tür auf und waren schon wieder im Zirkus. Zirkusfilme habe ich ein paar wirklich gute gemacht. Auch den ersten, allerersten Filmen, als er an den Zirkus nach Kerner glaubt hat, über den Zirkus Roncalli beim ZDF, 30 Minuten. Und jetzt sind Sie hier im größten Podcast-Zirkus gelandet. Ja, Podcast-Zirkus, schöner Name. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Das glaube ich nicht. Die schon wieder vom Donner überschattet wird. Ich frage immer als letztes mal angenommen, das Rohöl geht aus. Und jeder bekommt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Dürfen Sie mich nicht fahren. Denn ich bin irgendwie ein bisschen geläutert. Ich habe ja die autofreien Sonntage mitgemacht in den 70er Jahren und, und, und. Und ich habe jetzt ein Auto, was ein ganz kleines, was nur sieben Liter verbraucht. Und diese Geschichte, die, wenn man jung ist, mal in jedem Auto gesessen zu haben. Sie können sich ja auch nicht vorstellen, in welchen Autos ich in den Jahren alle gesessen habe. Alles, was heute Oldtimer ist, habe ich selber gefahren oder eingesetzt beim Sitten, Sinn und so. Und dann kam ja meine große Oldtimer-Masche. Und dann habe ich selber sieben folgte Oldtimer besessen. Also so eine Frage kann ich Ihnen und würde ich Ihnen nicht beantworten. Ist aber auch, ich will jetzt mal sagen, eine nicht so akzeptable Frage. Oder da kriegen Sie keine akzeptablen Antworten drüber. Denn wenn ein Auto, die SUVs heute, und keiner will es ja wahrhaben, 25 Liter braucht, haben sie ihre 50 Liter bei 200 Kilometer verfahren. Also, was soll das? Naja, also ich finde es von daher akzeptabel, um mich selber mal zu verteidigen, dass Leute ja dann sagen, vielleicht welches ihr Lieblingsauto war und ihre Lieblingsstrecke. Viele Rennfahrer sagen dann, ich würde den und den Formel-1-Wagen nochmal fahren auf dem Nürburgring oder in Mugello oder in Spa. Ja, also von daher kann man da vielleicht mit der Frage nochmal charakterlich ein bisschen was zeigen. Von daher gesehen, ganz absolut richtig. Von daher gesehen, absolut richtig. Aber Sie dürfen nicht vergessen, das Auto hat ja heute nicht mehr den Stellenwert, den es mal hatte. Heute nicht, aber ich befrage natürlich Leute, wo es noch einen hohen Stellenwert hat. Sagen Sie einfach, welches Ihr Lieblingsauto ist. Mein Lieblingsauto? Oder Ihr Lieblingsklassiker. Welcher? Der Auto. Das ist ein Fiat Dino mit dem berühmtesten Sechszylinder-Votor, der nachher, der also in der Formel-1 bei Kraftwerk von Tripsen war immer der gleiche Motor eingesetzt ist und der nachher dreimal die Rallye-Weltmeisterschaft mit dem Lanchester-Stratus geholt hat. Da haben sie den Motor nur quer gesetzt. Immer der gleiche Motor. Hat ja nicht einmal so viel PS. Das heißt, die Rallye-Autos hatten ein paar mehr. 180 PS bei 2,4 Liter und da war ja der Capri mit so sechs schon über 300 PS oder so. Das war es nicht. Aber diese Zuverlässigkeit und das Durchzugsvermögen von unten herauf, Wahnsinn, wirklich toll. Das war in den letzten 20, 30 Jahren mein Lieblingsauto. So, und jetzt, um meine letzte Frage zu beantworten, in einem Fiat Dino auf der Rallye Monte Carlo. So, jetzt wird mir nicht mehr widersprochen. Ja, weil wollte ich gerade sagen, jetzt hast du den Lächeln. Ja, Noel, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ja. Das war Alfred Noel und wenn ich jetzt so im Auto und im Straßenverkehr unterwegs bin, dann finde ich, dass es den siebten Sinn auch heute wieder geben sollte. Vielleicht sollten wir beim WDR nochmal nachfragen, ob es nicht eine gute Idee wäre, das wieder zu reaktivieren. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Fahrt vorsichtig und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Die alte Schule wurde euch präsentiert von Motul Deutschland, dem Spezialisten für Schmierstoffe, Additive und Autopflege seit 1853. Mehr Infos unter www.motul.de www.motul.de